Also Spinner. Okay, aber es ist richtig, dass die linke Seite 0 ist und rechts ist die 9. 21 21 minus 11 Sind 10 minus 2 Sind 8 Also Spinner. Die sind 3. Was bist du da am Rechnen? Ich habe ja hier dieses Spiel Hogwarts und da ist gerade eine Aufgabe, so eine Lösungsaufgabe. Nur das andere geht ja nicht. Also dreiköpfige Schlange oben. Okay, dreiköpfige Schlange oben und hier war die Spinner. Ich versuche jetzt die dreiköpfige Schlange. Oh Gott, herrje. Oh Mann, herrje. Danke. Dreiköpfige Schlange. Ja, richtig. Ja, ja. Gesund. Dankeschön. Gott, das muss man erst mal verstehen hier. Puh, ich muss wieder diese nicht mit mir. Ich will das nicht. So, jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Wir wollten da hinten hin. Kann ich jeder? Oh, was ist das hier? Wo ist die Kim? Äh, die ist was essen. Gut. Ich werde auch noch schnell was essen gehen. Mach das. Ja, ja. Und dann geht's heute wieder los. Mit Streamen? Ja. Ich habe mein Stream zwar schon angefangen, aber da läuft momentan nur die Launchmusik. Mit meinem neuen, ähm, bis da zu ein Bildschirm. Okay. Okay, lang war falsch. Siehst du, einfach nur ein Pikachu mit der Kaffeetasse sitzen. Oh mein Gott, ich bin richtig lost. Da unten wird mir doch der Weg angezeigt. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Peinlich. Ja, ich such nach dir. Tatsache. So, bin nun aber weg. Wie gesagt, muss ins Bett. Wünsche noch einen schönen Stream und ein schönes Wochenende. Dankeschön. Gordon, das wünsche ich dir auch. Und viel Spaß bei der Arbeit, Moni. Weißt du, das sagt noch nicht. Aber ich drücke dir da die Daumen, dass die Zeit schnell vergeht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Oha, Moni. Sechs Zuschauer. Läuft. Ja. Vielleicht doch mal ganz gut, dass ich es wieder versuche zu streamen. Soll ich es immer wieder mal versuchen. Also es kostet nichts, es nochmal zu versuchen. Das stimmt. Aber ey, ich habe jetzt was geändert. Und zwar kann ich, wenn jemand Ausrufezeichen glück reinpackt, dann wird das auch angezeigt. Mit Namen und Dankeschön. Und einen Hinweis, glaube ich, den hat mein Manager mal reingeschrieben. Ich versuche mich damit mal auseinanderzusetzen, damit ich da mehr reinpacken kann. An Ausrufezeichen. Aber ich würde halt gerne auch sowas wie Alerts halt drinnen. Ich habe mal einen neuen Emoid mal reingemacht, der ist geil. Was hast du reingemacht? Ein neues Emoji. Mal schauen, ob ich ihn bei dir reinsetzen kann. Ja, es geht schon. Sowas hätte ich nämlich auch gerne drinnen. So Alerts, die auch Sounds machen und so, weißt du? Das geht, das ist nicht so zu schwierig. Ja, ja, ich weiß nur nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Und Emojis möchte ich auch haben. Den da, den habe ich mir gekauft gehabt für 1,80 Euro. Und man kann sich ja auch selbst welche generieren, ne? Richtig. Ich bräuchte so ein paar Disney, so Mini-Maus. Ich liebe nämlich Mini-Maus, deswegen ist mein Titelbild auch Mini-Maus. Weil, warte. Ich kann das ja mal ganz kurz rauszucken, wenn du ja in meinem Streamen bist. Eine Sekunde. So. So stream ich nämlich auch gerne manchmal. Siehst du das? Ja, geh mal den Gläuschen, glaube ich. Ich liebe Mini-Maus, so kann ich auch die ganze Zeit zocken, weil das passt halt zu meinem Profilbild. Das bin halt ich. Ja, ich habe meinen Mickey-Hoodie an heute. Ich habe sogar auch Mini-Maus, äh, T-Shirt und so. Aber passend zu meinem Titelbild. Äh, Titelbild, das ist schon Profilbild. Ja, meine, äh, Schwester geht oft ins Disneyland und dafür bringt sie mir immer falsche Sachen mit. Kannst du mir mal zufällig sowas in Original mitbringen? Die sind nämlich viel, viel größer und ich habe nur so einen kleinen, den habe ich vom Dom. Den habe ich auch die ganze Zeit beim Dom getragen. Beim Kölner Dom? Nee, äh, bei uns in Hamburg, das gibt ein Hamburger Dom. Ah, stimmt, stimmt. Genau. Aber kann ich schon überhaupt mir Emojis reinpacken, wenn ich mit 70 Followern habe? Ja, das hat nichts damit zu tun. Du kannst, äh, schon welche drin klatschen. Okay, dann werde ich sowas alles mal Sonntag in Angriff nehmen. Ich frage mal, ob mein Schatz ja bei mir helfen kann oder ich frage euch, ob ihr mir helfen könnt. Ja, es ist wirklich nicht kompliziert. Ähm, der finde ich auch so geil, das ist von einem, äh, anderen Streamer. Der Döner Emoji. Nee, aber wäre cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Und du, äh, was geil ist bei den Emojis, jeden, den du abonnierst, hast du auch, äh, seine Emojis zu nutzen? Ja, das, das weiß ich, das hab ich auch schon gesehen. Ich bin ja noch ganz am Anfang mit meiner Streamerei hier. Das sind eigentlich die Wappen für die, äh, Bits, Bitsstufe 1 bis 3. Ja, ich werde mal ein bisschen was ändern bei mir. Dass ich halt auch mehr was machen kann, weißt du auch, dass meine Zuschauer mehr machen können. Wichtig ist, mach bei den Kanalpunkten, äh, die Preise nicht so hoch, dass die Leute auch können, äh, das, äh, das öffnen nützen. Und wenn du, äh, Soundsalerts mit Bits machst, mach sie sehr klein im Preis, am Anfang. Achso, dann geht das nicht auch, äh, eigentlich geht das auch mit Ausrufezeichen, wenn man Ausrufezeichen reinpackt. Das geht auch, das ist, ähm, da kannst du auch welche machen über dein Bordmusikier machen. Ja, genau. Solche möchte ich machen. Tatsächlich. Davon würde ich ein paar machen und irgendwann auch mit den Bits, ja. Also, ich kann Bits ja gleich mit reinpacken, aber das würde ich auch nur so 10, 15 Bits nehmen, mehr nicht. Also ich habe auch ein Maximum, äh, 7,25 Bits. Ja. Wenn man einen Song bei mir abspielen möchte. Ja. Ich werde mal gucken, also das, ich werde das Sonntag mal in Angriff nehmen, mal gucken, ob ihr mir irgendwie helfen könnt. Ich will mich nicht immer Pascal damit nerven, weißt du. Ich habe Angst, dass er dann irgendwie wütend wird oder so. Weil ich muss ja ein bisschen mehr, mehr geben können bei mir im Stream, finde ich. Das ist sonst so, ja, langweilig. Den Lurken habe ich ja jetzt schon hingekriegt. Oder haben wir schon hingekriegt. So, jetzt will ich mal meine Bratschüsse mit Sammssüße essen. Mach das. Boah, jetzt wird es wirklich spaßig hier. So, jetzt ist es schon wieder. Äh, das Dorf von Boxmeet steckt voller unter Assessante Punkte und anderen interessanten Dinge, die du mit Hilfe einer Karte im Hand von Decken kannst. Ein paar Ollivander, Zaubertränke, Schriftrollen, die magische Kruppe, die Nagel und Kut. Oh, das ist dieser Tierbedarf, Hilfe, da muss ich unbedingt hingehen. Ich glaub, da kann ich noch gar nicht hingehen. Eigentlich müsste man Harry Potter Musik jetzt zwischenzeitlich mit anmachen. Ich bin gespannt, ob der Stab auch so aufleuchtet. Also ein paar Tage, die Gitarre bei der Gitarre, die Gitarre schritt. Der ist hübsch, aber der klappt bestimmt nicht, wie beim Film. Nein, ich glaube, der erste ist es nicht. Aber ich glaube, der erste ist auch nicht. Oder der sieht aus, wie die, die ich generiert habe da. Aber er ist saunig. Es gibt manchmal auch recht hässliche Zauberstäbe, ne? Aber es sind Zauberstäbe, die sie immer machen. Aber ich bin so richtig schön eigentlich. Was ist das da? Das sieht aus wie nur ein Stock. Holzart, Ahorn, Gerntyp, Phönixfeder, Flexibilität, Starr. Hilf, ein Viertel Holz. Äh, Zäunig Holz. Oh! Wie will ich den denn haben? Hilfe! Hilfe! Der sah ja auch schon richtig schnieke aus, ne? Ein weißer Zauberstab. Was ist daran jetzt dann anders? Ne, hier Ahorn. Und ich möchte, möchte Hermines Zauberstab eigentlich. Die Frage ist... Was soll das? Was soll das? Weinreben Holz. Wo haben wir? Weinreben Holz? Ich möchte nämlich echt Hermines, der ist so schön. Weinrebe. Das tut mir leid, ne, aber ich finde Hermines Zauberstab echt toll. Irgendwie, ich weiß nicht wieso. What's up, Bitches? What's up? Ich möchte Hermines Zauberstab. Wo ist Beppo? Der ist Essen. Wie immer. Ich habe mir überlegt, soll ich auch Hogwarts spielen? Dann kann ich dir helfen, nebenbei. Wenn du möchtest. Dann ziehe ich mich auf Hermine Granger, Drachenherzfaser. Ich habe nämlich so keinen Bock auf Paul. Dann machen wir das zusammen. Drachenherzfaser. Wie, Beppo ist was essen, aber er ist online? Ja. Das ist Nerven, Alter. Oh Gott, was hat denn Hermine für eine Härte von dem Zauberstab? Das steht hier gar nicht. Cheatest du? Was? Nein. Wieso? Wie ist das denn für Cheaten? Ich darf mir das aussuchen, wie ich den mache. Du guckst aber gerade auf dein Handy. Ich guck wieder nur mit was für Sachen der hat. Wie lang der ist. Was für eine Faser da drin ist. Ich mach meine Pläsi mal an. Aber hier steht nichts von der Flexibilität. Hermine Granger. Da steht nur die Zollanzahl. Keine Flexibilität. Wo ist das Spiel denn bei mir? Habe ich das überhaupt noch? Ich war ja durch. Ich habe aber noch 1000 Psychos. Ich hatte eben einen bei mir drin, der hat 331 Stunden in diesem Spiel verbracht. Komplett verbracht. Komplett verbracht. Ja, ist jedes Haus durchgegangen. Ja, ich bin... Also jetzt noch nicht alle fertig. Ich bin Slytherin. Oh. Slytherin. Also ich habe die Hauptquest fertig, weil ich habe eine Belohnung bekommen. Ich glaube elastisch, nämlich elastisch. Oh mein Gott, ich kriege voll viele Belohnungen gerade. Ziemlich fliegsam, leicht federnd. Sehr flexibel, ziemlich flexibel. Ich muss Discord anmachen. Ich habe zuletzt gespielt am 7. des 8. 23. Das ist ein Lager. Ja, aber davor hatte ich jeden Tag gespielt. Oh, wie laut das Spiel ist. Was ist denn nur los? Alter, 100 Prozent. Das ist für mich Schucke. Ich weiß nicht, wie ich meinen Zauberstab aussehen lassen möchte. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich weiß haben möchte, aber der sieht aus wie nur ein Stock. Und die stärksten. Was sind die stärksten? Wie die scheiße aussieht. Wie die scheiße aussieht. Echt? Mhm. Aber ich bin ganz hübsch. Ich kann aber ein bisschen mehr machen als du schon. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß aber nicht, was ich für eine Flexibilität nehmen soll. Hart? Steif? Spröde? Relastisch? Wie heißt du? Ich schreib dich mit in meinen Titel. Wenn du das gehst? Du wirst nicht mit den Hammer aussehen! Ich steig dich mit den Hammer aussehen. Ich schreib es mal umsonst. Ich schreib es mal umsonst. Ich schreib es mal raus. mir. Level 33, Mann. Oder was meintest du gerade? Level 33. Boah, ja. Bei mir wird es schon geavadert. Gut, der ist jetzt weiß. Weidenholz. Ist Weidenholz-Rewe denn jetzt richtig oder nicht jetzt aber in der Lust? Weidenholz soll das denn nicht sein? Ist dann Weiden-Rewe richtig? Mhm. Oh Gott, da steht Wein-Rewe. Weide. Ich weiß gar nicht mal, wie das Scheißspiel geht, Mann. Weidenholz, so ist das. So ist es richtig. Ich kann es ja nicht mal richtig lesen hier heute. Also, Weide, Rachen-Herzfaser, Weidekette, oh Gott, ich weiß nicht, ob es geht. Zehn Dreiviertel Zoll. Wir nehmen den jetzt so. Ich schwöre, hier steht ja noch mein ganzer Name im Spiel. Wenn ich meinen Namen nicht erinnere. Nein. Okay. Siehst du das eigentlich bei mir im Stream? Ich habe sogar meine Mini-Maus-Ohren an. Ja, ich habe gesehen. Warte, ich packe dich hier hoch. Passt zu meinem Titelbild. Müsste ich hier hochpacken. Hast du einen Mod im Stream? Nee. Dann musst du da aber ein Auge drauf haben, ne? Wieso? Na, falls jemand reinkommt, der dich beleidigt, weil die Leute dumm sind. Achso, ja, ich habe nicht mal einen Mod. Wie macht man sowas überhaupt? Dann musst du in deine Switch-Einstellungen gehen. Sowieso wollte ich Sonntag da auch Alerts reinmachen und ich möchte Emojis haben und hier diese Kanalpunkte, weißt du? Mhm. Da habe ich Bevo schon gefragt, ob ihr mir helfen könnt, weil ich Pascal nicht die ganze Zeit damit nerven möchte. Ja, komm, wir machen. Das ist sehr freundlich. Ich muss halt eigentlich gerade wieder herausfinden, wie die Scheiße hier funktioniert. Wie fliegst du nochmal? Ich würde mich auf Ausrüstung nehmen. Achso, fliegt er. Oh, no, no. Danke für den Look, Michi. Ich küss dich. Alter, mein PC geht sich jeden Tag richtig schön in den Autofokus reinsetzen. So, kleine Schlampe. Hat niemand gehört? Jetzt bin ich heller. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ist... Hier ist die Karte. Ja, hier ist die Karte. Ich habe doch bestimmt... Ja, ich habe noch sowas. Der Hauspokal. Ja, hier ist die Karte. Glücklich. Ja, ich komm wieder, ich hab's da nicht eilig. Nicht ne fucking Quest oder sowas? Guck mal, das muss ich bei Switch selber gucken, dass ich mir Mod reinstell. Ja, bei Twitch. Muss ich dann auf den Namen gehen oder was muss man denn machen? Du musst, du gehst auf deinen Kanal. Ne, warte, geh auf Videoproduzent. Siehst du das? Videoproduzent. Also auf der Seite, wo dein... Auf Twitch selbst, ne? Ja, Videoproduzent. Genau, und da gehst du dann bei Community. Ja. Und dann gehst du bei Rollenverteilung. Ja. Und da machst du hinzufügen und dann wählst du irgendeinen aus und dann musst du den als Editor und Moderator einsetzen. Mein Schatzi ist Moderator, sehe ich gerade. Ja, siehst du, dann hast du hier jemanden, der aufpasst. Aber der ist nicht in meinem Stream vorhanden. Guckt gar nicht zu. Ich hab immer Beppo-Stream nebenbei laufen. Bist du da Moderator? Wo? Bei dir? Ne, bei ihm. Bei Beppo, ja. Ich bin bei Beppo-Mod, ich bin bei Marcel-Mod. Ähm, ja. Deswegen hab ich immer ein Auge auf alles. Marcel ist bei mir Mod. Jana ist bei mir Mod. Du bist bei mir Mod. Ich bin ja bei dir. Muss ich da jetzt auch noch draus machen? Ja, ich hab dich jetzt bei mir als Moderator reingemacht. Das heißt, du kannst jetzt was alles machen? Wenn jemand dumm wird, kann ich ihn wegbannen. Oder Timeout und ich kann Nachrichten jetzt löschen. Ja, ich seh's schon. Okay, warte. Dann mach ich deinen auf. Ich hab Beppos auf. Okay, ich hab euch alle jetzt im Auge. Mach Auge. Ich hab alles jetzt hier im Gesichtchen. Ich hab das nicht gerne, wenn die Leute so dumm werden. Ja. So, jetzt hab ich alles eingestellt. So, und dann machen wir am Sonntag alles andere fertig, dass man Kanalpunkte hat und so. Weil sonst ist find ich mein Stream zu langweilig. Okay. So, was muss ich dir jetzt noch machen? Suche Wälzer Schriftrollen. Brauch ich doch gar nicht. Also, ich muss bei mir gucken, weil ich hab irgendwie nix mehr zu tun. Das kann doch nicht sein. Hab ich schon alle Quests gemacht? Das kann ja gar nicht sein. Soll ich wieder von vorne anfangen? Ich überleg echt wieder von vorne anzufangen. Echt? Ja. Wenn du schon alles gemacht hast, weißt du. Ja, das stimmt. Das ist verschlossen. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich nehme mal Waffen. Du hast noch kein Flugtier, ne? Nix, ne? Ne, ich bin ja noch total am Anfang. Ja. Ich hab damals die Extraedition gekauft, weil ich unbedingt dieses Flugtier haben wollte. Das weiß ich nicht. Welche Extraedition? Oh Gott, Beppo. Hi Beppo. Damals gab es eine Vorbestellung. Ich hab das sofort vorbestellt. Du hast ja auch hier das Deluxe-Paket gekauft bei mir. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob es das nur damals gegeben hat, weißt du. Also alle Spezialeditionen kannst du nachträglich noch immer die Goodies bekommen über andere Internetseiten. Hm. Wo krieg ich doch mal diese blöden Blätter her? Ich glaub hier. Kimo ist mein neuer schöner Starter. Ja, ja, ich hab gesehen. Ich habe gesehen. Sieht ja sexy aus. Ich spiel wieder Hogwarts, Beppo. Weil um Muni zu helfen, ich komm gar nicht klar. Ja, ich spiel heute wieder Grand Blue. Ich hab zum letzten Mal letztes Jahr gespielt. Gedönet noch in DLC. Ja, Quidditch kommt jetzt. Also, oh, da ist noch so fucking viel, was man machen muss. Warum bin ich hier eigentlich im Arsch in der Welt? Gute Frage. Ich weiß nicht, man kann sich teleportieren, ne? Oh Gott, das ist so lange her. Ja. Ich hab das Spiel jeden Tag gespielt, stundenlang. Kannst du mal bitte landen? Dankeschön. Was ist das? Banditenschloss. Wirlpool markieren. Ah, halt die Backe bitte. hier war ich eben gerade hier auch jetzt mensch oder wenn das ja so was ist groß hier boah mann hier doch mal aus dem weg ihr leute alles gut ich habe aber ihr seid weg leute ihr seid so weit weg man ihr wollt das nicht tun ich fick euch so weg erst mal ein saufen hier Stimmt. Ich möchte auch noch ein bisschen was snacken. Einfach mal nebenbei noch ein bisschen was snacken. Ich bin nicht betrunken, wenn ich es so weiter mache. Oh mein Gott, ich bin gegen die Wand geknallt. Ich bin kein neugieriger Geist. 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 Sie streamt selber mit OBS. Ja, ich auch. So, womit denn? Ich stream mit OBS. Bei der Streaming ist das anders, glaube ich. Du machst das auch mit Stream-Element, ne? Alles? Ich mach mit Stream-Element. Okay. Er hat nämlich gesagt, ihr kennt euch damit besser aus. Also macht wie das Sonntag. Dann würde ich mein Bildschirm übertragen. Na, okay. Er musste immer nachlesen, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ihr so nett seid, würde ich das gerne Sonntag mit euch machen. Ich hab's halt. Ich hab's halt. Ich hab's halt. Ich hab's halt. Ich könnte mir da dann nicht helfen und dann würde ich da mein Bildschirm übertragen, damit wir das so zusammen machen können. Ach, sie soll wohl die Stimme. Boi. Guter Radis teuer. Das ist aber nett. Dankeschön. Nichts mal hier für arme Leute. Oh Gott hab ich mich grad erschrocken. Vielen Dank für's Zuschauen. Das wird mir geholfen. mach mal so ne Kiste also wieder sowas ne mach das Logos jetzt weg Mensch ich ess eh nicht alle auch ne ich ess eh nicht alle ich ess eh nicht alle ich finde eh ich bin es okay ich bin es gut ich bin es wichtig 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 Das ist doch so magisch, wie du siehst. Was? Da bin ich hier oben. 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 Hallo, Manni! Was gibt es denn hier mal? Fallhook? Wann gibt es hier... Oh Gott, wann gibt es denn hier mal Fallhook? Das gibt es gleich noch. Also ich spiel jetzt noch ein bisschen Hoppods und dann... ...ge ich nochmal in Fallhook rein. Hat Kim sich wieder auf Stimme wegen Telefonieren oder...? Keine Ahnung. Oder wegen Streams? Ich glaube wegen ihrem Stream. Wegen dem Stream! Was ist das denn? Ich verstell mir gerade einen neuen Charakter. Aber du kannst doch trotzdem laut sein! Ja, du redest mit deinem Stream, nicht mit meinem Stream! Das wird Verwirrung! Das wird Verwirrung! Das wird mit einer Freundin habe ich das auch immer gemacht. Ne, Wanni? Das wird Verwirrung. Ich versuche mir gerade einen anderen Charakter zu suchen, aber mein Charakter ist immer noch der Hübscher. Guck mal dein Stream mit hier bei mir. Auf mein Bildschirm. Ich mach nochmal ein bisschen. Was heißt du? Wanni hat gerade geschrieben, ja haben wir. Marcel. Da hast du den Preis. Aber Marcel zum Beispiel mag das nicht? Ach. Ich schon, also alles gut. Ja, Marcel mal in dem, aber wir werden ihm seine Kundschaft durch. Marcel? Ne, Marcel geht immer raus. Ach man, hier haben wir uns immer gegenseitig supportet. Haben immer zusammen gestreamt. Ja, ja, bei uns. Marcel nimmt den Support hier auch. Er nimmt ihn auch, ja. Das Geile ist wirklich immer, wir haben uns mit unserem Spiel unterhalten und mit, also ich hab mich mit meinem Spiel unterhalten und mit ihr und das gleiche hat sie auch gemacht. Was ist das? Was ist denn das? Oh Wanni, wir müssen auch echt unbedingt, wirklich. Wir müssen dann auch mal wieder zusammen spielen. Wenn wir das schon so lange nicht mehr gemacht haben, können wir auch mal wieder zusammen streamen. Oh die Haare sind alle so schweißig. Ich darf nur meine anderen Chatting alle vernachlässigen. Vernachlässigend. Wenn das jemand noch diese Haare so scheißen? Oh Gott. Da gehen doch rein theoretisch so'n bisschen. Nur so'n bisschen. Ich mach mir nie lang. Ja, ich bitte das. Aber ey. Wenn du wieder Veilu spielen möchtest, ne? Ich geb dir nur einen Tipp von mir. Hate mich nicht, ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Wirklich. Wie als hätte ich das von Anfang an gespielt? Ohne Witz. Ich will ne Hufflepuff machen. Ne Hufflepuff? Ja, ich bin ja eigentlich Slytherin. Also jetzt wurden wir durchs Auge gestochen. Jetzt machen wir, können wir noch lila Augen machen? Oh mein Gott. Bibi. Warum kann ich keine lila Augen, ah ich kann nicht, oh mein Gott, guckt euch das an. Die werden mich umruhen. Ich mach jetzt hier einen richtig sauren Charakter. Ja, wir können ja schauen, was wir machen. Ich muss erst mal rauchen. Okay. Werden wir auf jeden Fall mal gucken, was wir da schickes herausfinden, raussuchen. Vielleicht mal wieder Disney. Das Geile ist, Kim, Vanni und ich, ne? Also die Vanni, die er bei mir hier die ganze Zeit mit reinschreibt, ne? Wir haben uns kennengelernt durch Disney. Bei irgendwas brauchte ich glaube ich Hilfe und so und dann bin ich bei ihr in den Stream rein und dann sind wir direkt in den Call und ich hab gestreamt, sie hat gestreamt. Oh, das war echt. Kommt mir irgendwie bekannt vor. So suchst du also deine Freunde. Jaja, so suchst du deine Freunde? Such mir nur diese pathischen raus. Alter, hast du dir auch einen Familiennamen wahr gemacht? Ich ja. Ich brauch einen Familiennamen. Ich heiße Momo Ranger. Boah, ich nenn mich Malfoy. Malfoy. Jetzt kommst du Malfoy. Nee, ich mach Kiwi. Ah, ich mach Kiwi. Wird Malfoy so ein Schlimm? Ha? X, 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 X Hamster. Ich mach Kiwi. Kiwi Malfoy. Ich seh dick, voll fancy aus. Lila Haare und so. Die Wahl besteht für den Schlafseil. Ja, Hexe. Ich will eine Hexe sein. Ja, und jetzt? Ich will meine Reise beginnen, bitte. Was hab ich denn für eine Stimmhörer? Papa, du schlägst. Die Stimme. Papa, du schlägst. Entschuldigung. Papa, du schlägst. Leute, jetzt spielen wir das, glaube ich, zum dritten Mal. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, mein Papa spielt das auch gerade. Also spiel ich es nochmal, dann weiß ich, um was es geht. Besser ist das. So, dann kann ich Monique helfen und alles. Hey, du bist okay? Da wird sterben. Miss. Ah, hier ist der. Ich muss ja sagen, ich freue mich gerade ein bisschen, dass du mir da bei Hilfs dann... Beim Spiel. Nicht nur beim Spiel, auch, dass wir da alles fertig machen können, weißt du? So, die... den Stream aufbauen. Und ich ändere sowieso bei mir ein bisschen was dran. Also, ich bin ja, okay. Ich geb dir, ich bin ja, ich bin ja. Ja, ich hab fastest aufgebaut. Du bist ja, ich bin ja. Und ich äh, ich hab noch 1 gesehen. Wie geht's der? Hier geht's. Ah. Oh, die kann ich wieder nicht öffnen. Schade. Manu, ich will doch auch endlich ein Haustier. Kann man sich das Haustier aussuchen? Was für ein Haustier? Hast du bei Hogwarts kein Haustier? Nein. Und wozu gibt's dann den Laden? Zum Schönmachen. Kannst du Sachen kaufen, aber nicht... Jeder, das ist ja, dann ist das ja irgendwie nicht wie das normale Hogwarts, weil da hast du nämlich rein theoretisch auch... Was ist dieses Spiel so hart? Ja, also laut, man. Ich check's nicht. Ich hab voll krass runter. Was geht denn jetzt ab? Das ist dein erster Boss. Oh. Ein Troll. Ja. Okay, jetzt werde ich gleich überfordert sein. Rollen oder auf ihn schießen. Immer rollen. Das ist das Wichtigste. Rollen? Ich weiß gar nicht, wie ich roll, glaube ich. Ich... Oh ne, ich werd bestimmt sterben. Aber ich muss das nicht alleine machen, oder? Äh. 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 Ausweichen mit... Och Gott. Das ist Rollen. Ich rolle in die falsche Richtung. Wo war ihr euch auszumachen? Ja. Mir platzt der Schädel hier so laut, ist das Spiel, ne? Und ich hab's schon ultra krass runtergesetzt. Ja, nicht Heimkino, bitte. Kopfhörer. Ups. Hallo? Ich kann grad nicht rollen. Rollen. Ausweichen. Wenn das rote Ding ins auf dir ist, musst du ausweichen. B geht. Und dann geht es noch gut. Und dann geht's. Oh ne, okay. Und dann geht es nach ihr. Ich zeigte die Schädel an. B geht's, ja? Oh, er ist gleich tot. Egal. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, warte mal. X halten. Was mach ich denn jetzt? Oh. Das war cool. Das ist cool. Gerne. Mann, war das aufregend. Reparier den Schaden. Oh Mann, hör auf zu labern, Typ. Jetzt darf ich das ausbaden, was er kaputt gemacht hat. Das ist aber nett. So, was hat der Spaste hier noch alles kaputt gekriegt? Ganz schön viel. Wieso macht man denn so viel kaputti? Ich fühle mich richtig überfordert im Spiel. Ich hab grad ein Haus repariert. Hä? Du hast doch das Spiel schon mal grad durch. Ja. Die Sache ist, ich mach's hab jetzt neu gestartet, weil ich so gut wie durch bin mit dem anderen. Und ich spiel für meinen Papa auch gerade auf seiner Switch. Und für Muni zu helfen, mach ich dann auch nochmal. Ich geh dann halt in ein anderes Haus. Spielst du einmal, Alter. Spiel in allen Häusern. Ja. Wie gesagt, mein Papa meinte so, ja, ich will in das Haus, wo Harry Potter ist. Hufflepuff. Meinte ich, in welcher Welt ist Harry Potter denn in Hufflepuff? Wollte ich auch grad sagen. Meinte ich so, Papa, du meinst Gryffindor. Ja, alles, nur nicht die Bösen. Leider Händler. Ja, Paul Wood sieht echt komisch aus heute, ne? Ja, ja. Ey, du meckerst jeden Tag, dass ich Fake-Pokémon spiele. Jetzt spiel ich einmal ein anderes Spiel. Und jetzt sagst du, Paul Wood sieht anders aus. Ja. Ah. Jetzt hab ich Bock auf meine Zimtschnecken. Ich glaub, ich geh die mir gleich holen. Wie, heute keine Pizza. Ne, heute gibt's keine Pizza. Oh, du hast selber Paul Wood gespielt und... Gerade du, du Pokémon-Fanatiker. Die ist fremd. Du bist Pokémon fremd gegangen. Warum zum Freak wie der Hogwarts? Weil Muni das jetzt erst zum ersten Mal spielt. Und um mir zu helfen... ...spiel ich es nochmal. Ja. Ich spiel dann dieses Mal eben ein anderes Haus. Was hat er denn noch so für schicke Sachen? Merzen voll, du brauchst Hilfe bei Hogwarts. Ach maaaannn! Hör doch jetzt auf, so rum, so stinkern. Oh, stinker. Haha. Mein Papa spielt auch Hogwarts. So, der hat sogar Hilfe gebracht im Tutorial, also. Nicht jeder sind so Zockergötter wie wir, Leute. Ja, du bist heute mi, 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 mi. Ach, ich nehm das nicht so eng. Dieser Professor Ficke. Hatte noch keinen Snickers heute. Ich kann dir ein Milky Way anbieten. Ich kann dir ein Milky Way anbieten. Wie war das nochmal? Interagieren. Nein, hier. Ich muss da vorne mit meiner Schnuhr dran, ne? Genau. Hast du was gegen Milky Way? Was bist du denn für einer? Jetzt sind wir im Tutorial, wo mein Papa untergesangt ist. Echt? Papa, falls du das siehst, es war keine Absicht, aber wir waren es wirklich spürenlos. Let'sch! War das fucking Tutorial, Papa! Er hat so versucht zu erklären, wo er ist, weißt du, im Spiele. Und ich meinte so, ah, er ist bestimmt, weißt du, schon viel weiter. Und dabei hältst du ein Tutorial. Ja, kann auch mal passieren. Ich wollte eigentlich Tekken spielen, es schon gehen, aber... Tekken ist keine Story-Modus. Tekken ist die Fresse. Und da werde ich voll aggressiv. Ich glaube, ich weiß es jetzt schon. Ich bin müde und wenn ich jetzt Tekken zocke, werde ich voll aggressiv. Ich bin müde und wenn ich jetzt Tekken zocke, werde ich voll aggressiv. Übertrieben. Ja, genau deswegen. Also Tekken steht auf meiner List. Ich habe heute ein bisschen Trailer geguckt, TikTok und alles. Momentan, na ja. Ich glaube schon, Tekken wird kommen. Aber ich kaufe halt alle Charaktere und habe ich auch Tekken sie nie gemacht. Kämpft sich halt besser mit verschiedenen. Das gab es früher als Lego-Set, Leute. Ganz am Anfang, als Harry Potter rauskam. Und meine Mom hat die alle. Ich habe die Legos jetzt damals geschenkt bekommen, als ich noch... Wie alt war ich da? Sieben? Ich fand Harry Potter immer doof, Leute. Was? Ja, Harry Potter war nicht meine Welt. Echt, ich habe mich genervt. Es ist einfach zu oft im Fernsehen gelaufen, wisst ihr? Bippo, ich sehe deinen Namen nicht in meinem Stream. Was ist das? Äh... Ah, stimmt nicht. Was ist das? Ich habe nur einen Stream offen momentan. Ah, ah, ah. Ich habe deinen Stream aber offen. Ich mache ein Jahr nach offen. Ich bin... Dir hat jemand geschrieben. Du kannst auch mehrere ausprobieren. Bitte, es ist vorbei. So, es ist vorbei. Ich liebe dich, bitte. Ich habe gesagt, früher. Jetzt habe ich ja alles voll stehen. Aber es war halt einfach too much. Die Leute haben einfach too much davon geredet. Und es war einfach kompletter Überfick davon, weißt du? Und dann... Das hat mich einfach genervt. Und Leute zu viel zum Beispiel auch von den Louis Vuitton-Taschen. Das ist mehr. Das hat mich echt sauer gemacht. Du bist auch kompletter Überfick. Oh Mann! Also dieser Typ, der... Also ist das jetzt eine Frau oder ein Typ eben gewesen? Wer? Ich hatte... Ich war eben bei dieser Bierbar hier, ne? Da. Das sieht aus wie eine Frau, aber redet wie ein Mann. Das ist super verwirrend. Ich guck mal, wie viel Tekken kostet, Leute. Okay? Und wenn Tekken... Tekken? Tekken? Hi, Kim. Chris, meine Emoji. Alter, Tekken kostet einfach 80 Euro. Komplett Kopfgefickt, Mann. Joa. Ja. Das hat eine Donation. Deluxe Edition. Fabio! Kaufst du mir das Spiel? Du hast gesagt, du liebst mich wieder. Kaufst du mir das Spiel? Oh Gott. Gut, klasse. Frag Kevin. Kevin bezahlt hier. Ich kaufe das Normale. Aber ihr dürft jetzt... Ähm... 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 Pleite und so. Sorry, Digga. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Warte. 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 Ich gebe mein Passwort doch hier nicht vor all den Leuten ein. Das ist ein Schiss. Okay, ich habe schon zugemacht, dass ich kein Passwort brauche. Ja, doch. Kevin hat das gemacht. Ich glaube, man hört mich nicht. Schönes Overlay mit den Sachen. Dankeschön. Was gekauft. So, ihr habt gesehen. Tekken ist gekauft. Und äh... Lädt. Das ist ein Screenshot. Ja, das ist gekauft. Laden. Laden runter. Solange wir spielen Harry Potter. Danach wir spielen... Danach spielen wir Tekken. Drei Tage später. Ich spiele gleich ein bisschen... Paul Rudd. Kann aber echt sein, dass es so lange dauert. Was ist hier? Hier ist was? Ah, und jetzt gehst du essen. Was bist du denn für einer? Ja. Ah, ja. Eiskalt. Ich hab die Flachnamen in Fett. Guten Appetit, meine Schatz. Und ich hab die Flachnamen in Fett. oh nein jetzt kommt es wieder ich hab nicht einen stalker bei tik tok meine kleine mani hat mich gestorben ja da musst du aufpassen wenn du stoffen das wird einmal gezeigt ist man überhaupt noch am starten also es ist doch keine ägyptische zigarette hier wie weit denn geh durch mann dann lass mich durch doch du geko jetzt kommt die stelle wo mein papa wo mein papa drei wochen hing drei drei warum das denn weil er ein problem er hat die ritter nicht gesehen ja bitte kann ich auch so eine kleine leuchte machen wie ich bin ich bin ich bin da kommt ja auch das ist ich bin ich das war Ich komme zu ihm, aber ich komme zu ihm. Sie sehen uns beim Geheimdiensten an. Ich bin sehr sehr, naja die Welt. Ich bin sehr, naja die Berge zu versuchen. Ich hab das vorhin gebraucht, ja. Wenn du bis Avada Kedavra kommst, fühlst du dich wie der King. Echt? Sogar kannst du alles weg... alles wegflexen bis zu uns. Sogar NPCs. Sogar... ich hab alles weggeflexet bis zu uns. Boah, das hier hat... das hier hat mein Vater jetzt auch nicht verstanden, was er hier gemacht hat. Entschuldigung, Papa. Ja, guck, guck, jetzt war's vorbei bei meinem Vater. Komm, wir fecken die jetzt weg. Dann scheint es so, als müssten wir heute auch wieder gucken, was wir essen, mein Schatz. Scheint so, als müssten wir dann heute auch wieder gucken, was wir dann essen. Greif mich an, greif mich an, bitte, greif mich an. Greif mich an. Greif mich an. Greif mich an. Nochmal, bitte. Was? Ah, hör auf! Geht zu töten, Junge! Ah, hör auf! Geht zu töten, Junge! Komm her, nochmal, komm mal, gib's mir! Alter, wo ist hier überhaupt dieses Spiel? Oh, kleines Hurenkind. Du hättest auch Nein sagen können, das weißt du, ne? Schatz? Du hättest auch Nein sagen können, das weißt du, ne? Oh, so, jetzt bin ich verwirrt. Schatz? Wie gehen wir denn hin? Wie gehen wir denn hin? Wie gehen wir denn hin? Geschafft! Jetzt bin ich verwirrt. Professor! Professor! Professor Pikk! Du musst Reveglia Du hast gar keinen Bock das mehr zu hören nachher, wenn du das hundertmal gemacht hast Ich muss mich so tot lachen, dass ich einfach jetzt in diesem Level bin, wo mein Vater so lange hing Und ich habe das so schnell gemacht Ich kenne das, ich habe das auch ganz schnell gemacht, bin ich ehrlich Wie der da am Verzweiten ist, das war das War zum Schießen Falls ich das heute gerade kenne Wann kommt her, meine Bibis? Alle in meine Richtung gucken Dankeschön Oh, jetzt sind wir bei Elden Ring oder was? Und mein Papa spielt über die Switch, ne? Das ist sogar noch einfacher Ja, ja Ja, das weiß ich doch Dankeschön Ich habe da schon mal ein Spiel Erinnern Sie sich noch? Komm, 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 komm Go! Nächster 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 Und nächster Noch einer, bitte? Dankeschön 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 Danke für den Look, Pixel! Ich habe nur gesehen, dass sich was bewegt hat in meinem Augenwinkel 90 Sekunden Welche Leute war? Jetzt haben wir schon gefragt, jetzt die Zeit Ich glaube, die waren schon mein Vater Ja, aber keine Ahnung, ich muss echt lachen, weißt du? Ich mach's so an, ich denk so, der Buur ist voll weiß und dann ist er ein Boy. Kann doch mal passieren. Ja, wie macht er denn jetzt den Rest? Gar nicht? Oh, ich schirrt schon wieder vorne, ich geh morgen wieder dahin, den Rest machen, oder wie? Ja, spielst du das, was du heute spielst, nochmal bei deinem Kart. Oh, ich geh morgen wieder zum Frisur, Leute, weil meine Farbe hält nicht mehr an den Haaren. Meine Haare hier unten sind wieder blond. Das heißt, ich komm morgen Mittag erst, oder morgen Nachmittag erst. Und ich hab erst Termin um halb eins. Sind sie denn auch Professor Fick genannt? War da echt kein anderer Name mehr frei? Ja. Leute, wo gehen wir hin? Gryffindor, Hufflepuff oder Ravenclaw? Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor! Gryffindor, Gryffindor! Gryffindor, 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 Gryffindor. Gryffindor. Also, was du ja auch machen könntest, wenn du Hufflepuff gehst, dann könntest du mit einer Quest nach Askaban. Stimmt! Das war Hufflepuff! MhM. No, wir gehen Hufflepuff, Leute. Diese Penner, warum die auch nach Askaban können. Das ist der einzige Grund, für sie quoting man dieses Haus biasesw dil llevert, exactement. hätte doch viel besser gepasst weil sowieso die meistgewählten sind das wird immer so bleiben leute sitzen auf am herry potter stuhl jetzt ein bisschen aufpassen Ja, was ich noch so... kauf. Ey, durch dich und Bebbo, ne, hab ich richtig Glück, dass ich noch wenigstens ein bisschen Geld hab. Weil ihr mir das geholt habt. Ist halt echt so, also ich hab ja richtig struggle immer. Hast du mehr als genug zu tun? Mehr als genug zu tun? Du meinst durch die Spiele jetzt? Jaja. Oh ja. Guck, jetzt komm ich in so ein tolles Haus. Hätte ich die gekauft, dann wär ich, ähm, arm gewesen. Und ich hab einfach Tekken jetzt. Ich freu mich auf den Unterricht. Das würde aber ein Hufflepuff sagen. Ich darf jetzt nicht das antworten, was ich antworten will. Wieso wärst du dann Slytherin, so wie du willst, oder? Ja, ja. Ah. Gott, ich wacke jetzt hier. Gehörst du nach Slytherin? Sag da grad wieder. Oh! Du bist und bleibst die scheiß Schlange. Ja. 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 Der hat immer bevorzugt ohne Grund. Das klingt nach mir, Leute. Aber es ist das falsche Haus. Nix. Ja. Ich nehm das. Ich bin Hufflepuff. Ich bin Hufflepuff. Aber ich bin nur Hufflepuff, nicht Hufflepuff. Hufflepuff. Alter, das tut so weh, dass ich jetzt ein Hufflepuff bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss mich so schämen. Ich bin einfach ein stinkiger Hufflepuff, Mann. Ich bin ein stinkiger Light schon. So ein ekelhafter Hufflepuff. Hufflepuff. Oh, du bist halt Hufflepuff. Das klingt doch viel besser als Hufflepuff, ne? Hufflepuff. 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 Ja, Hufflepuff. Oh, guck. Das ist ja voll cosy bei denen, Mann. Wohnen die auch in so einer Emily-Erdbeere oder was? Guckt euch das an. Ich bin Hufflepuff. Ja, dann klau die Bonbons. Komm. Ravelio. Nicole. Ravelio. So Leute, ich bin am streamen. Warum kommen die Leute jetzt auf die Idee, mir zu schreiben, was für ein Tattoo ich mir stechen lassen will? Seid ihr behindert? Mein Männe fährt gerade los und holt die Partnerin von meiner Schwester ab, weil sie war beim Tätowierer und es fährt keine Bahn mehr. Und das hat man sich nicht davor erkundet? Keine Ahnung. Mein Män ist auf jeden Fall nicht darüber erfreut. Wär ich auch nicht. Aber er fährt trotzdem. Warum fährt deine Schwester nicht? Kein Lappen. Ja. Hab ich auch nicht. Wieso? Weil ich nicht 4.000 bis 5.000 Euro in der Klasche habe. Ich weiß, je länger du wachst, um zu teurer wird der Führerschein. Ich weiß, ich will ja jetzt meinen PC abbezahlen. Ich habe darauf ja einen Kredit gelaufen. Und jetzt bin ich dabei den abzuzahlen. Und wenn ich den fertig abgezahlt habe, hole ich mir den Kredit für meinen Führerschein. Und ein Auto natürlich. Ja, das ist jetzt mein Plan. Meine Mission. Oh nein, diese Hausdruck. Nein, das war ja diese... Oh nein, hier gibt es ja diese Dinger, ne? Diese... Äh, ich muss mal ganz kurz wegen der Wäsche kurz gucken. Warte, hier gibt es diese Schlüssel. Ich bin gleich wieder da. Jetzt siehst du auch mein Be Right Back. Wie macht das denn hier an? Mein Be Right Back ist aber nicht so cool wie deins. Kann doch alles werden. Das stimmt, Stück für Stück. Bis gleich. Bis gleich. Aber wie mache ich diese Tante hier an? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Also am Anfang hätte ich gesagt, du hättest was verpasst. Aber mittlerweile... Ich spiele es halt echt wirklich nur, um ihnen zu helfen. Oh, guck, die sieht aus wie eine richtige Hufflepuff. Diese Tante hier. Du bist scheiße, ich mag dich nicht. Auf sie zu mobben. Hat mich gefreut. Du meintest, du hättest eine... Nein. Du bist ein arrogantes Stück, knack... knascht. Bevor du bist, du hast mich verstanden. Deswegen habe ich weiter geredet. Das Lück hört nicht so. Wer? Der Lück. Ist der heute nicht so. Wer? Nein, ne? Wie ist der denn? Lück! Vielleicht hört er uns schreien. Danke, Hufflepuff. Wer bist du? Du bist... Du bist... Arthur. Arthur kommt nicht an die Katze. Ja. Ja. Beppo, du bist auch im Spiel. Mhm. Guck, du bist Arthur. Keine Frage. Das sieht dumm aus. Du bist ruf. Du bist auch im Spiel. Jetzt aber keine Worte mehr. Helfare. Nein, aber. Was ist ein Glubumbul? Ja, ein Glubumbul. Der heißt nicht AFA, der heißt Achtür. Der AFA, der Aftar. Achtür. Alter, die heißt Poppy. Poppy. Lama nicht. Lama nicht. Alter, ihr Ding ist es einfach hier im Keller. Wie traurig. Hufflepuff-Gewölbe. Für mich ist das ein Hufflepuff-Loch. Hufflepuff. Das einzig positive war ein Hufflepuffer, Cedric Diggory und der ist gestorben. Nein, der wurde zu Vampir. Der Buhr wurde ge... Ah, war dort gedabbert. Nein, ist das denn... Oh mein Gott, das nervt mich so krass, dass ich das alles wieder aufmachen muss. Niemand, niemand, der dieses Spiel gelesen hat, hat das gelesen. Lauf doch ein bisschen schneller. Ich hab keine Zeit. Okay, diese Dinger, muss ich unbedingt gucken, wie die funktionieren. Was? Nein, die hat nicht aufzureden. Sie hat nicht aufzureden. Toll. Toll. Wow. Wow. Ich hab das Spiel schon relativ oft gespielt, Leute. Wow. 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 Manchmal guck ich so, der muss krass arrogant in die Cam rein, dass ihr mir überhaupt zuhört, Leute. Das find ich gut. Wo gehen wir hin? Nein. Jetzt redet die wieder. Die labert so eine Scheiße. Das ist der Wahnsinn. So, ich muss mit ihr reden, was will die, was will die Schnalle von mir. So, da bin ich wieder auf. Aha. Was, aha. Aha. Hier ist die Wasche aufgehängt. Nee, ich hab geguckt, ob sie schon fertig ist. War sie aber nicht. Und jetzt ist eben mein Monitor ausgegangen, wie ich sehe. Ganz wie im Läufter. Ja, ja. Danke. Oh, die Tante labert mir zu viel. Aber jetzt muss ich hier alles einmal wieder rüber sortieren, weil mein Monitor ausge... Monitor ausgegangen ist, mein Großer. Oh, Professor Fick. Ja. Oh mein Gott. Ah, wie krass. Wuhu. So. Ist Dumbledore da überhaupt schon direkt, oder? Nein. Der davor. Wollt spiel nicht mehr zu sehen hier? Was ist da los? Oh mein Gott, da sind ja diese... Ach, diese Scheiß-Dinger. Ich erinnere mich an alles, was jetzt hier abkommt. Oh, guck mal, wir beide haben sechs Zuschauer, meine Liebe. Revelyon. Echt? Ah ja. Ja. Revelyon. Ich hab eben überlegt... Ähm... Was heißt überlegt? Ich bin hier richtig hart am Strugglen. Warte mal, Kim, bist du bei mir in meinem Stream? Ja. Ich hab hier... Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht zu hell. Mach mal kurz dunkler. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ja. Hier hab ich eine Bestellliste, ne? Ja. Ich liebe ja Diamond Painting. Ja. Ich hab da ungelogen zwei Diamond Painting. Eigentlich eine Spielbox für meine Nintendo Switch-Spiele, weil die kostet nur 2,90. Ja. Und eine Handyhülle. 15,18 Euro und da bin ich am überlegen, ob ich's bestelle oder nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Aber ich brauch halt... Das sind meine Lieblings-Disney-Prinzessinnen. Cinderella und Belle. Ja, hast du denn noch Diamond Paintings? Nein. Ja, da musst du wissen, was du... 15,38 Euro. Dann hätte ich noch 300 Euro für den Rest des Monats. Es ist der zweite Februar. Hä? Ja. Ich verdiene leider nicht so viel. Das ist ja mein Problem. 300 Euro. Ja. Hier, guck. Bei der Rechnung. Für den Rest des Monats. Ja. Das ist ja ein Problem bei mir, weil... ...ungefähr 300 Euro geht, wie schwer kippen das. Ich brauch ziemlich wenig. Die Potts, die krieg ich geschenkt von meinem ehemaligen Arbeitskollegen. Nee, würde bei mir einfach gar nicht gehen. Alter, ich hab viel zu viel zu bezahlen. Ja, das meiste ist davon schon abgezogen. Das Essen, 150 Euro. Für Essen und Trinken, für den ganzen Monat. Hä? Ja. Ähm, und... Was war das noch? Da ist Ticken drin. Handyrechnung. Dann hab ich noch... ...Wahrkartenrechnung. Kredit. Äh, Schulden abgleich bei meinen Eltern, ja. Da kommt so ein bisschen was zusammen. Deswegen bin ich halt am überlegen, ob ich jetzt die 1538 ausgebe, oder nicht. Ich meine, es sind ja eigentlich nur 1538. Für mich ist das aber schon echt viel Geld, bin ich ehrlich. Hm. Ich muss so ein Lotto gewinnen, glaube ich. Oder umziehen. Ja, oder umziehen. Aber dafür brauch ich auch erstmal Geld. Ich hab ja keine eigene Wohnung. Ich wohne bei meinen Eltern. Ich wohne in meinem Kinderzimmer. Ich glaub, ich kann Ticken spielen. Morgen zu meinem Männer. Ist dann Download fertig? Nee, das steht aber bereit zum Spielen. Ich könnte es rein theoretisch spielen. Warte. Ja, aber wenn man zurückgeht, dann geht den Download nicht weiter. Echt? Mhm. Weiß. Aber wenn ich das spielen kann. Das funktioniert. Nein, nein, zustimmen. Zustimmen ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Es kann Blut sein. Es kann alles da sein. Crossplay an. Hallo? Ähnlichkeit anpassen. Alles gut. Das heißt, den Dumbo kann ich wieder löschen. Gibt es nicht eine günstigere Aufbewahrungsbox? Also wenn es sein muss, Leute, setze ich mich einfach hier so in Just Chatting rein oder so und wir gucken Assi-Folge und dann spiele ich Tekken. Es ist einfach, Kevin, du darfst du nicht spielen, der ich verwöhnt hat. Er spielt nicht. Schläft er? Es spielt, Beppo. Eins, zwei, drei, vier Sachen wären das. Bei Amazon sind die Aufbewahrungsboxen richtig teuer. Jetzt gibt's was auf die Fresse, Leute! Nina! Was? Nur acht Charaktere. Ich spiele die Löwen. Warte, Leute, der... Der Ton ist zu laut, ich höre euch nicht. Nina ist mein Charakter einfach. 1,06 Euro ist das günstigste. Boah, das wird so heftig jetzt. Du kriegst so was von aufs Maul. Ich geh so ab bei so nem Spiel. Ja, da geh ich so übelst ab. Du hast ne Trophäe verdient. Ich hab das so gerne da rein zu hauen. Komm her, komm her, Boah, komm her. So, ich spiel auch gleich weiter. Ich muss noch ein bisschen was kicken. Komm her! Ich muss unbedingt morgen einen neuen O-Saft kaufen. Ich hab kein O-Saft. Nein! 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 Tschüss! Ich muss den Ton leiser machen. Ich mag das so krass, Ne-Do da zu schlagen. Das ist so schlimm. Ich muss kurz, ähm, 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 den Titel ändern von meinem Spiel. Ja, da spielst du keinen Poppots mehr. Ich weiß, ob ich kann dir aber trotzdem helfen. Ja, das stimmt, ich weiß. Aber auch geht's nicht, äh, irgendwie so gemeint, so vor wegen, ja, ne. Ah, ich muss, ich muss ein bisschen schlagen. Du kannst ja auch das Spiel, äh, Disney-Adrenal-Valley, ne? Ja, spiel ich auch. Mit Lama. Ich kannte diesen, diesen Nightmare-Typen, kannte ich nicht. Jetzt rede ich nicht mehr mit ihm. Äh, überhaupt hat sie dich gemeintet? Ja. Ja, hat sie. Ist sie böse auf dich? Marcel! Komm rein! Äh, ne, sie ist nicht böse auf mich, weil sie meint, es wäre nicht meine Schuld. Aber die andere hat halt nicht geantwortet, weil sie nicht wusste, was sie antworten soll. Ha! Jetzt hieß sie gespannt sein, oder wie? Ja, genau. Und da meinte ich so, ja, äh, find ich aber doof. Und da meinte sie, ja, aber du musst doch verstehen, nicht jeder Mensch ist perfekt, meinte ich so. Du laberst so'n Scheiße. Du laberst dir so'n Unsinn ein. Und da meinte sie so, ja, aber Süße, nicht jeder kann so sein wie du. Meinte sie so, wenn mir was zu viel ist, dann schreibe ich das einfach, weißt du? So, äh, da hast du jetzt ne Grenze überschritten, hör auf bitte. Oder sag dir was anderes. Genau. Mach weiter, bitte. Oh nein, muss sie. Oh, hallo. 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 Moin Marci. Hallo. Hat sich mein Spiel umgewechselt, Leute? Ja, ne? Okay. Ich wollte auch schreiben, dass ich den auch erinnern kann, aber mir ist kein Titel eingefallen. Mir ist auch kein Titel eingefallen, ich habe einfach nur Hogwarts wird gespielt, geschrieben. Zwei Fäuste für Kim, heißt du, ich schreibe so. Oh, das ist ein guter Titel. Jetzt gibt's eins auf die Plätze, das kann ich auch nicht schreiben, da blockiert mich Twitch. Echt? Hm. Halt, wenn ich spiele, ich habe jetzt vielleicht noch eine Chance, spiele gegen Spiele. Spiele. Aber ich nehme Nina. Sie kommt rein, direkt so, Halt, Profi, voll in die Fresse. Weg. Boah, wenn ich spiele gegen Spiele, ich glaube, ich habe halt nicht alles offen, das ist halt das Problem, weil ich ja vieles, ähm, im Spiel gegen Botzt. Ja, ich spiele gegen Botzt, ich weiß, aber was soll ich sonst machen, das kann das andere noch nicht machen. Du musst trainieren. Ich muss nicht trainieren. Ah, gegen King hier. Machen King schwer. Ultra schwer. Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt zu leise gemacht. Wir haben neue Maps. Guckt euch das an, jetzt werden hier so Arschtritte verteilt oder auf mich, ich weiß es nicht. Okay. Okay. Nein! Oh mein Gott! Bruder! Komm her! Er flex dich weg! Ich muss mehr verteidigen, das war die Sache, ich weiß es. Ja Bruder, du verteidigst dich unten nicht, das ist dein Problem. Warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Runter! Hoch! Oh! Ja! 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 Tschuldigung. Ah, du Arschloch. Wollte ich auch grad sagen, ey. Es geht wieder los. Es geht wieder los! Heute entspannen wir uns, bitte. Also ich war es nicht, weil ich bin auf meiner Placey. Es artet nicht so aus wie gestern Abend, also das war ja schon bodenlos. Okay, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Das ist alles nicht wie gestern aus. Ihhh! Nein. Dies war auch noch mal halb lang. Komm noch hierher! Boah, was könnte? Nee, ich hab einfach bis Dienstag frei, Alter! Ja. Ich muss Mittwoch als wieder arbeiten, der ist ja fast wie Urlaub, ey. Nein! Komm! Hier! So. Das geht's mir besser. You win! Also ich hab viel mehr freigeschaltet, Leute, bei ähm, dem anderen, ähm, Spiel. Also Tekken 7 hab ich viel mehr. Ich muss gleich wieder ganz kurz nach unten in den Keller, weil der Töner wird jetzt fertig sein. Und ich mach's mir einen Männle. Mein Männle, der ist gerade, äh, on the way, die Partnerin von meiner Schwester abholen. Okay. Und dann, äh... Er hat gesagt, hier, äh, schätzelein ich bin am streamen, hol mir mal das und das, bitte. Ach so. Wie lange braucht das Spiel denn für, zum Laden? Ich kann nicht schon selber laufen, auch wenn mein Knie broken ist. Oh, das lädt aber weiter, hm? Hab ich grad geguckt. Aber langsamer. Es lädt auch langsamer, wenn ich Hogwarts spiele, in dem Fall. Ich hab das jetzt bestellt, nach 30 Tagen, äh, Zahlen regelt. Was hast du denn bestellt? Ich kaufe mir mal ein neues iPad. Was hast du denn bestellt? Was hast du denn bestellt? Ich kaufe mir mal ein neues iPad. Was hast du denn bestellt? Was hast du denn bestellt? Eine Handyhülle, zwei Diamond-Paintings und eine Aufbewahrungsbox für meine Switch-Spielerin. Okay. Und Kim, weißt du jetzt, welches du jetzt kaufen willst? Was? Was? Oder noch nicht. Ein iPad. Ah, ein iPad Pro. Ah, ein iPad Pro. Ah. Ich hab mir damals, hm. Du wirst du, du musst gestifft noch separat Kaffee. Ja. Ist mir alles bewusst. Im so. Wie das kannst du denn finden? Kannst du denn... Kannst du denn... M-m-m-m-m-m-m-m-m. Ein Big-Chilling. Ich brauche eh eins, also... Ich brauche eh eins, also... Jetzt die Mom zur Apple. Da ist die Apple. Apple Pro, Big-Chilling. Ich bin so doof, dass ich auswählen kann. Soll ich mal Ultraschwer machen? Ich mach mal Ultraschwer, mein... Ich mach mal Ultraschwer, mein... Ich mach mal Ultraschwer, mein Gehoking. Mir wird so der Arsch versorgt, Leute. Oh, Hark. krank. Ich hab das ja jetzt gerade bestellt, ne? Die Aufbewahrungsbox, vorausliches Lieferdatum, 20. März bis 4. April. Oh mein Gott, ich hab Angst. Gute Frage. Oh mein Gott, chill! 21. Februar, 21. Februar, 19. Februar bis 21. Februar. Ah, Kim kriegt voll in die Fresse. Du kannst bei Amazon aber auch auswählen mit Prime, ne? Das ist nicht Amazon, das ist AliExpress. Ja, okay, dann keinen Wunsch. Was hast du gesehen? Aber das ist die Aufbewahrungsbox, die so lange dauert, dass das in Ordnung, alles andere wäre jetzt schlimm gewesen. Du musst dich ducken, Mann! Duck dich! Das ist doch was! Meinst du, die macht das, wenn du im Monitor anschreibst? So, ich geh kurz auf der Wäsche gucken. Bin gleich wieder da. Okay, ciao! Okay, tschüss! Komm, Kim, tu hast du bei. Der pusht mich so weg! Und weg. Ich habe immer gegen Aurelie gespielt, der war auch immer so eine Maschine da drin. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Nein, Kim, Kim, ausweichen, ausweichen, ausweichen. la 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 aus welchen einmal nein kim 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 ausweichen außer um spielt es auch ich kann ja jemanden der könnte dich richtig trainieren aber hat er andere problem es gibt ja für tecken extra und kontrolle einmal die einstieg einer der du bist weg du bist sofort weg allgemein spielt die community mit einem stick es hätte noch ein bisschen gefällt doch deine mutter mit den ganzen knöpfen in einer reihe quasi ich habe immer mit mit avi halt gespielt und mit avi habe ich auch immer geguckt diese wie heißt das diese wettkämpfe halt wo einfach kompletter olympiade war aber habe ich echt nur die paar charakter oder ich mache schwer ich möchte sehr gerne nämlich die eine haben nein oder ich spiel tecken sieben wörter alter hier sind lama hinter mir na packer komm her schneckchen ich bin mehr fan von street unten gehen wir runter 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 und lama du stehst im weg das steht einfach so im weg was macht ihr da ist so gut das lalpaka geht mir so auf die nerven fix sie weg okay okay ich muss was testen was mich gerade ein bisschen stört warum komme ich nicht so hin und her ich finde schlimm dass sie in peru wirklich dafür ein gesetz raus kamen musste dass es verboten ist ein alpaka zu vergewaltigen ja aber du weißt nie was die leute so machen in ihrer freizeit oh du blöde schlamm naja es muss ja ziemlich viele es gemacht habe dass der staats nicht einschalten müsste haben sie gesehen dass ich das alpaka weggekickt habe ich werde immer besser ein fanina ne oh du kleine blöde schlamm hätten für nicht ja gemacht ne bitch die musik stört so krass was läuft falsch mit dir du kleine schlamm bin ich schon abgeblockt einfach ins gesicht geschlagen ich habe sie hat ein finisher move ich habe sie hat ein finisher move was ist denn es dann genau so arrogant wie ich was einfach gar nicht das umfeld oh mein gott was war das jetzt für eine kombi die ich gerade gemacht habe alles Hallo Nello. Hallo Nello. Nello, wie geht's dir? Lama, geh doch mal weg! Wird sie zickig. Ja, das war's dann, ne? Den Boden mit dir gepützt! Ich kann nix machen außer drei Sachen, Mann! Was denn jetzt wieder passiert mit dem Auto? Boah, Atzin! Alter, immer dieser Alpaka Farm! Ui! Da wird ich wieder! Oh! Okay! Oh! Oh! Wäsche noch schnell zusammengelegt und mit in die Tüte gepackt. Ohne Witz, ich weiß gar nicht. Kim, du kannst gerade nicht gucken, ne? Doch, doch! Die wird gerade verprügelt. Ich ziehe dir das rein. Warte. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Was machst du denn gerade? Oh, warte. Ich muss ja auch die Kamera aus dem Bildschirm halten. Nein, die Wäsche! Ne, da! Warte! Siehst du das? Ach, hier! Das ist alles, was wir mitnehmen. Äh, noch mehr natürlich, ne? Ach so! Oh mein Gott! Ich dachte schon, von was geht's. Das ist richtig heftig. Ordentlich am Zusammensammeln. Zwei Taschen. Das sind keine zwei. Das sind... Das sind ja Tecken. Äh... Da Tecken mal fertig runter. Vier, fünf, sechs, sieben... Sieben Taschen. Und acht. Was machst du mal mit so vielen Taschen? Das sind Schatzis Sachen. Das sind meine Sachen. Wir sind jetzt wieder drei Monate bei ihm. Ab morgen. Du musst dich doch alle Sachen mitnehmen. Kauf alles doppelt. Da brauchst du nichts zu transportieren. Wechsel die Mauer aus. Ja. Wir wohnen noch nicht zusammen. Wir wohnen noch beide bei unseren Eltern. Ach so. Okay. So, und ich bin so... Ich möchte halt auch zu meiner Familie. Und ich möchte auch meinen Hund sehen. Ich möchte auch noch meine eigenen Queer finden. Das wird mich voll abfucken. Uns fuckt das tatsächlich nicht ab. Weil wir wohnen eigentlich acht Minuten voneinander entfernt zu Fuß. Ist also immer nur ein kurzer Weg. Warum nimmst du dann so viele Sachen mit? Würde ich grad sagen. Nimm doch immer für ein paar Tage mit. Dann gehst du wieder nach Hause. Wäschst du. Und dann nimmst du wieder für ein paar Tage mit. Genau. Das wollten wir nämlich nicht machen. Wir waschen halt dann immer bei ihm zu Hause dann auch meine Klamotten. Weil das halt alles um einiges einfacher ist. Also ich habe auch meinen eigenen Schrank bei ihm. Also mit in seinem Schrank meine Sachen. Ja. Wir spielen Tekken 7 bis Tekken 8 komplett fertig geladen. Also. Und hier habe ich alles gekauft. Das geht. Ähm. Wo ist denn? Hier ist sie. So. Das wären ein paar Arten. Hier sind übertrieben. Wir wollen zusammenziehen. Wir wollen zusammenziehen. Aber es ist grad noch nicht möglich. Weil die Wohnungen ja alle hier übertrieben teuer sind. Wir den Kredit, die sei schon. Kaution erstmal ersparen müssen. Mhm. Und dann brauchen wir halt eine passende Wohnung. Also wir wollen eine zweieinhalb bis drei Zimmer Wohnung. Bei ein Zimmer erstmal wird das halbe Zimmer oder das andere Zimmer, das normale Zimmer, wird dann ein Gaming-Raum. Bis wir dann irgendwann ein Kind haben, dauert das auch noch. Dann wird das, was unser Gaming-Raum ist, irgendwann zum Kinderzimmer. Ja. Machen wir das erstmal so. Stück für Stück bauen wir uns dann alles was auf. Ist grade sowieso alles nicht so einfach, ne? Geld zusammensparen für Kautionen, dann mietetechnisch teilen wir uns ja alles auf. Dann Stück für Stück holen wir uns erstmal die ganzen Sachen für die Wohnung. Dass wir es jetzt schon a peu a peu alles besorgen. Weil dann alles auf einmal zu besorgen ist ein bisschen doll. Also wir gucken auch nach einer Wohnung mit Einbauküche, ne? Mhm. Ich bin ja Kau gegangen. Wir brauchen halt gar nicht mehr so viel. Wir brauchen Töpfe, Teller, Besteck. Gläser haben wir on Must. Genauso wie Tassen. Wir haben ein Bett, wir haben eine Couch. Also eine Wohnung haben wir eigentlich schon fast alles außer den ganzen kleinen Mist, ne? Ich muss es lauter für euch machen, weil... Also ich... Ich hätte fast gesagt, bei mir wären auch glaub ich ein paar Wohnungen frei. Ich zieh nicht nach Hamburg, nie wieder. Ich wohne ja nicht direkt in Stadt, ich wohne da hinten aller Mühe-Ecke. Oha. Also noch im Grün quasi. Na, überleg mal, ich bin in Schnells und bin ich groß geworden. Ich bin im Osten groß geworden. Also Osten Deutschlands, nicht Osten Osten. Wohl ich ein bisschen Pole in mir hab, also. Hast du ein Pole in dir? Ja, mein Ur-Opa ist Pole gewesen. Mein Schatz hier ist auch Pole. Und Holländer. Und Deutscher. Ohl. Ich bin Italiano. Ich bin Deutsch, Pole, Franzose. Eieiei. Ich bin Deutsch und Italiano. Ich bin Franzose. Alter, wie bist du? Du? Ne Quatsch, meine Ur-Oma ist Polen, so rum. Und meine Ur-Opa, davon der Vater glaub ich kam aus Frankreich. Oder meine Ur-Opa, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Bitch! Das erklärt, wieso du so ein Schwitzer bist bei Call of Duty. Das kann durchaus angehen, ja. Alter Falter! Ich glaub deswegen zieht mich die Sprache auch so an. Ich bin... Ja, Leute, auch ein Französ. Naja, halt die Klappe. Warum länger? Also, ich find die... Find die Sprache echt schön. Was habt ihr denn alle mit den Franzosen heute? Johnny war auch schon vorhin so... Ja, die Franzosen, alle Scheiße. Meint ihr auch so, ja, ist in Ordnung. Lesbett fressen. Nur weil ihr ein paar Arschlöcher kennt, heißt das nicht, dass ne ganz... Die Araber sind auch nicht alle Bombenleger. Naja... Nicht alle. Deutschen sind auch nicht alle Nazis, ne? Also, ne, so nebenbei. Naja... Ich sag's euch nur, wenn ihr alle denken, so, äh... Also... Die Umfrage von 100 Leuten hat ergeben. Ich bin kein Nazi, aber... Das ist die Antwort. Was? Nervst du mich so? Im Grunde genommen ist jeder deutsche Nazi. Aber ganz tief in an... Im Inneren. Wollen wir keine Ausländer haben. Wollen wir keine, äh... Profi-Gastarbeiter haben. Sondern einfach nur unser Leben leben. Unser Deutschland wieder haben. Keine Moscheen aufbauen. Etc. pp. Ja, gut, das stimmt schon so ein bisschen, ja. Weil, errichte mal in der Türkei eine Kirche. Deja, du wirst gehängt. Aldo, ja. Kommt persönlich vorbei. Ja, und der sagt, ähm... Entschuldigen Sie? Was machen Sie hier? Entschuldigen Sie? Haben Sie... Entschuldigung. Mhm. Mhm. Oh, Hilfe. So, die Karte muss ich mal... Ah, das ist ja dieselbe Weg. Bei meinem Umzeitgedächtnis. Warum muss ich dich als erstes nicht angreifen, Bitch? Oh, Mann, ey. Wir haben dieselben Attacken. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, ne? Wart mal der, du. Tittenfalt. Tittenfalt? Tittenfalt. Oh, Mann! Leg dich hin! Also, ich hab all die Kombinationen vergessen. Okay. Ja, leg mich hin. oh mein gott was ist was kim was ist schlau die hauptquests weiter zu machen oder auch ein bisschen die nebenquests alles machen ja aber wenn ich die hauptquests durch habe kann ich trotzdem noch die nebenquests machen ja das ist gut das ist so richtig gut es gibt sogar griffe für den zauberstab ja mega viele no fucking way wie heftig ist das denn muss alles geld er hat eine batterie auf dem rücken ich will die aufgaben sehen big boobs oder was ja kathrina die wackeln sogar wenn sie springt physik in dem game ist nicht so gut wie bei der tour live nee dead or alive übertrifft nichts das ist das ist ein fighting game dead or alive bambus leitung ich habe da habe ich eine bambus leitung gerade bei tecken wird doch mein spiel nicht blockieren das müsse der nahe oben erst liegen kannst du bitte ein fenster aufmachen kannst du bitte ein fenster aufmachen geht das dankeschön weil es ekelhaft hier drin oh gott oh ja 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 ich stehe drauf komm versuch mir den ne brille und sowas richtet auch was aus wieso soll man sowas anziehen weil es sexy ist deswegen trage ich brille du das meinst du ich war jetzt echt verloren aber ich streame seit einer stunde 43 nirgendwo dafür bin ich nicht nach hinten nach hinten king blockieren 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 schlagen 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 das war verlässlich mann komm noch einmal noch einmal king noch einmal noch einmal komm komm ich brauche befestigungs clips für meinen led schlauch weißt du die kommen erst mittwoch anleitert es mich verarschen gewonnen im goal nehmen wir einfach mal ran einfach mal ran packen es haben uns backen ja der download das hat damit zu tun weil wir halt alle hier am pc sitzen und weil ich zocke ich muss dann aufhören zu zocken ich habe keinen bock aufhören zu zocken ich hätte tecken einfach sollten über nacht kaufen und laden lassen ich war mir nicht sicher ob ich tecken haben wollen würde und dann habe ich heute so viele videos gesehen dass ich tecken doch haben wollen würde hä was ist jetzt meine haupt was habe ich jetzt nicht mehr von der haupt quest oder was weiß ich glaube das zweite wenn wir nicht mehr sicher ich glaube das zweite wenn wir nicht mehr sicher nein nein komm du darfst den finisher move nicht vergessen mädchen ah Marcel jetzt ist sie auch noch nass jetzt sind wir schon am soft porno Maschallah mädchen du wirst bitte bitte runter gehen wieso kann ich das jetzt nicht machen wieso kann ich das jetzt nicht machen danke für den Leck ich muss den Feuer machen mal Zauber erlernen wo kann ich denn sehen welche Zauber ich wieder machen kann bei deinen Fähigkeiten kann das sein du brauchst nur einen Zauberspruch da ja doch ich glaube ich habe es jetzt gerade gefunden wo ich hier muss alter mein Auge was ist denn jetzt los man den brauchst du nur ich nutze diese Schnellreisesachen gar nicht weil ich voll Bock habe einfach durch die ganze Gegend zu laufen ist das normal am Anfang glaub mir danach hast du gar keinen Bock mehr leg dich doch mal hin du doofe Schlampe oh kommt die mit ihrem du bist die Fotze mit dem Tiger stimmt ich habe gerade durchschnittliche Zuschauer von sechs ich freue mich das hatte ich noch nie echt? ja echt ich glaube wir sind alle drin kann das sein kann sein alter der Tiers tut mich so somit sind das vier hier wow mir wird gerade so der Arsch versohlt hier von Mulan uh sie hat mich gau geschlagen die Schlampe Incendio kurz was messen ja Kevin ich hör dir ja zu was ist denn aber ich guck jetzt bestimmt nicht Green Day oder Fortnite was? drei Lieder von Green Day? ja ich hab sie gefickt was Basket K oh puh Marcel es wird wieder Zeit für Fortnite es sind sehr viele neue Lieder drin apropos Fortnite meine Liebe hm ich nehm extra die Playstation mit dass falls es mal heißt ich möchte mit euch Fortnite spielen dass ich Fortnite spielen kann mit euch kannst du auch auf dem PC Fortnite spielen ja aber da bin ich nicht so weiß ich nicht ich ich nehm lieber meine Playsi wofür habe ich sie dafür hat ich sie immer oh Gott die wird gebürstet da noch da noch mach die Tür auf jetzt ja heute Abend Leute glaube ich wird ein Stream mit allem was ich so finde auf meiner Playsi weil ich hab nichts was mich so gerade hält Power World langweilt mich gerade bitte was? Power World langweil dich? ja hardcore ich hab heute noch darüber geredet auf der Arbeit deswegen spiele ich ja jetzt was anderes ja ich spiele jetzt Harry Potter weil ich hab Bock drauf ich nenne das jetzt einfach Harry Potter weil das Hogwarts ist vielleicht wechsel ich jetzt noch rüber zu Fortnite wenn Marcel mitspielt 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 dann Kevin ich bin ja ich bin hier gerade auf Amazon ich brauche Clips für meinen LED Schlauch ich bin keine die morgen ankommen dann kannst du ja danach mitspielen was für Clips brauchst du für deine LEDs? äh die du an der Wand machst da wo der Schlauch äh wo du den Schlauch so reinklickst ah ok ja ich hab ihr den Arsch ja soll ich weiß nicht wie breit die sind zwar werde ich gefunden die wollen auch morgen ankommen aber versteht nichts an wie breit die sind ach so hier was hast du da gemacht Kevin ich glaub die verstelle ich mir auch weil ich hab auch äh neue äh Keylights in meinem Kurzwagen zwar auch so ne ZIE WEC halbwegs billig Dinger aber die sind zum Schrauben diesmal nicht zu geben mhmhm und die anderen das eine fällt mir ja hier schon fast auf den Tisch weil mein PC ja so warm wird dein Toaster meinst du? ja genau deine Standheizung also meine Hände sind eigentlich immer warm aber meine Füße sind vielleicht stellt den PC unter ne dann reichen die Kabel nicht da muss ich morgen nur noch drauf oh nein King oder du nimmst so ein äh so ein Schlauch äh von äh von den Klimaanlagen setzt den Hunden am Lüfter und legst ihn unten bei den Füßen ja oh Kevin hat sein Abo äh ein Geschenke Abo verlängert im hoch ah ja komm du hast 14 wins hintereinander jetzt kriegt die Kim Prügel ja das war dumm das war nicht überlegt ok das war dumm das war dumm drucken drucken verteidigen 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 ich verteidige unten wieder nicht ich brich gelbe Schilder mit Kontrollzauber guck mal wenn es die Möpse hin und her fliegen wir sehen was ist denn jetzt gerade bei dir passiert sogar Matt hat ein Abo gekriegt das kevin hat geld ausgegeben zehn stück zehnmal gibt heute noch eine extra kuschel runde und weiter noch mal heute kriegst du eine decke heute wirst du nicht ohne decke auf dem boden zu schlafen alle noch eins und ich bin auf 50 dann kriege ich die neuen dinge welche dinge so was ist hier das ding über die ganz links groß und klein schreibt das ist fertig gott sei dank warte 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 guck wenn wir noch eins machen wenn wir noch eins machen dann sind wir auch 15 ich habe gewonnen du hast einfach den schüler umgebrüht ich lasse es hier vorne so gut gekämpft dankeschön hier ist irgendwo eine kiste ich bin kein cheater ich habe einem einer person die immer in meinem stream ist ein abo geschenkt ich bin spät mit einem bot ist das dann wie ein komischer panda macht mir auch echt angst nach hinten nach hinten können wir nach vorne vorne unten unten pass auf jetzt wenn da finde ich ja komm ich mir das mit mir selbst alles beredet ich habe den perfekten gaming schul für dich gefunden der hat sogar ohren auf secret lab hat einen von ford meint es war relativ günstig aber schwarz pink mit einer katze auf dem auf dem einer 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 rückenlehne das kissen sieht aus wie so ein katzenkopf quasi ohne außen und oben um eine kopfstütze hast du ohren dran eine stunde zwölf marcel wie ist das jetzt mit fortnite anja sonst nehme ich einen win nach dem anderen das ist mit aimbot halt ne alter das nächste sind jetzt 65 abos wow nein das ist mein main warte mal ganz kurz bin ich mal hier ein bisschen überfordert das sind ja welche von dir oder nicht wer wer ist ein upgrade das ist kevin mhm oh kevin ja wenn sie reden mit dir kam an der disco vorne ist es immer so laut wenn man auch startet alter kevin ist sogar auch bei mir im stream mit du sollst in discord reinkommen du sollst in discord reinkommen weil sie das fragen das ist alpha kevin genau nein das ist ehrenschenkel kevin alter jetzt kommt die mit ihrer baba attacke hier das ist der alpha ehrenschenkel ma bitch calm the fuck down geh geh leg dich hin du siehst mir sehr müde aus mädchen du siehst mir sehr jetzt sind wir alle beide guck 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 jetzt bist du weg und jetzt liegst du boing ah der alte der der letzte finisher move ist immer so richtig arschloch mäßig wie sieht es aus marcel wechsle ich oder mache ich weiter bin gerade im fordner menü im afrikan achio gehst du mit zu fort was soll ich als ziel machen was soll ich als ziel machen was soll ich als ziel machen in einem stream warte mein lied mein fortnite ist sehr laut mein fortnite ist sehr laut soll ich schreiben oder was Ich bin ein Zipfel-Klatscher. Nein, mein Spiel ist so laut, ich höre nicht mal, was ihr sagt. Einen Moment. Was soll ich als Titel machen? Ich mache gerade schon, danke sehr. Will ich mal meine Mod arbeiten? Ich habe es schon gewechselt, danke. Aber das ist kein Fortnite-Grind, wir probieren einfach nur die neuen Songs aus. Ja, nee, ich mache aber einfach Fortnite-Grind, egal. Was ist denn ein Job? Mir egal. Die ist mir jetzt schuppet. Was ist denn das hier? Extra-Aufträge. No, I'm gonna earn. Oh mein Gott. Don't forget my safari. Was haben wir noch? Wenn I come around. Und... Ich freue mich. Da sind viele, die wir spielen. Dann... Läd mich mal ein. Warte, mein... Mein Spiel hat sich öffert. Die Cam hat einfach mal fast alle Liede. Warum hast du dich jetzt aufgehängt hier? Was soll'n der Scheiß? Das Teams, ich hab keine Nöte, das Spiel. Spiel. Ich wollte ein bisschen Musikleiter machen. Weil... Der Bild von der Kamera bewegt sich auch nicht. Auch bei mir, ja. Doch, ich bewege mich hin und her. Ich bewege mich jetzt extra wie so eine Behinderte hin und her. Warte, muss ich vielleicht Schlenker lösen? Einfach hoch. Noch ein bisschen oder funktioniert? Mir wird ein bisschen schlecht. Bleh. Mir wird ein bisschen schlecht hier. Ist überhaupt der Fortnite-Post fertig? Nein. Ich habe aber immer noch Zeit. Ich habe gesehen, dass ich die letzten Tage... Ich weiß, dass ich fertig kriege. Wie du bei Call of Duty meinst du? Ja. Marcel, hast du deinen Post fertig bei Call of Duty jetzt? Nein, mir fehlen noch anderthalb Felder, glaube ich. Dankeschön. Oder ein Felder. Ich habe keine Ahnung. Hört ihr Kevin oder ignoriert ihr ihn? Wir hören Kevin nicht. Kevin? Ah, jetzt. Warum bist du eigentlich immer so unfassbar leise? Ja, der ist wieder so leise. Hallo. Das stimmt eigentlich gar nicht. Du bist gar nicht leise gestellt, ne? Wo ist das? Wollt ihr jetzt auch noch einen perfekten Skin machen? hallo als hallo hallo ich höre ihn sowieso er atmet dir schon ans ohr nein 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 gott sei dank nicht und jetzt geht's immer gut man konnte die haben es nicht also wenn jemand bereit dass sich deswegen ich kann gucken man konnte wie heißt das jetzt ich komme nicht drauf weißt du wo ich auch nicht so sag weißt du die die unten deinen zauberstatt ding ist da ja wie konnte man da kann man das auch wieder ändern immer ja auf t warum muss man das warum kann man kann ich nicht unten noch welche hinzufügen weil du immer nur vier nutzen kannst du musst freischalten dass du ähm verschieden also du hast ja vier deine o-bahn ja und du musst dann die anderen freischalten dass du jedes mal ein anderes set sozusagen kreierst du musst das freischalten die anderen tschüss weil da kommen auch noch für die die tiere die magischen tierwesen kommt auch noch die musst du ja auch noch fangen um einen zauberer gegenstand zu benutzen nein schwarz der skin ist so behindert das ist so hässlich finde ich geil so eine hässliche hackfresse einfach nur das hat einen Mops so eine hässliche hackfresse einfach nur so eine hässliche hackfresse einfach nur aber ich hab's doch schon gesagt wieso verschwindet das nicht Möpse sind toll da drin aber ich mag Möpse das freundet mich sehr für dich Möpse sind gut das ist halt so dumm einfach nur wenn I come around ah nein lass uns gleich mal die neuen Lied ausprobieren machen dann gibt's mehrere junge wieso verschwindet das jetzt nicht das haben wir gar nicht das eine Lied wie doof ich wollte Pompeii spielen ja musst du kufen ja ich wuss nicht es ist kufen Hilfe das verschwindet nicht das verschwindet nicht nein die anzeige hier unten die verschwindet nicht obwohl ich das schon hinzugefügt hab du machst nochmal ich hab's doch im zurück du Penner na 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 ich speicher das Spiel jetzt und geh nochmal neu rein das wird so doof Karin ist schon mindestens 50.000 Punkte jo jo küsst mir auch nur das ist so vegan kann ich den nicht überschreiben den speicherplatz ja doch guck drauf hier mach ich aber mach da nicht und dann hat der erst gespeichert guck um wieviel Uhr hat der gespeichert 0.35 oh ne dann mach auf den leeren speicherplatz ok ist ja egal hauptsache du du hast deinen deinen speicher ich spiele mich jetzt mal beim letzten speicher schon neu starten ok ich steig gleich auf schwer ein ist klar ja voll drauf ich werde jetzt mal neu starten so nicht mitsingen bitte danke wenn ich komme hauha 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 das wird aber sehr schwer kevin ja muni auch nicht das ist meine lieblingsband was ist mit mir nicht du musst mitsingen das gibt es jetzt in fordney dass du da mitspielen kannst ja ja ach du heilige mutter maria ich war lange nicht in fordner glaube ich du kannst mitspielen wenn du willst wir haben noch einen platz oh ne alles gut du kannst auch auf einfach spielen ich hab jetzt schon volle schweiß an alter ich hab noch nicht mal angefangen ich hab jetzt kein bock mich da noch hinzustellen oder jetzt piccolinis reinzumachen jetzt bestellen nein moni jetzt nicht wieso ich muss mich konzentrieren wir sind stark konzentriert und was ist wenn ich jetzt die ganze zeit rede und ihr versteht nichts mehr nein mich stört es nicht ich kann auch mit dir reden das machst du nicht das darfst du musst mitsingen das mag ja am allerwenigsten kennis ich kenne das liegt glaube ich nicht warte mal ich muss es mal laut machen KIN 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 keine fehler machen kein druck da ist doch mein schatzi hast du hunger geht so wegen essen bestellen sonst nein moni rede noch mehr bitte nein ja was möchtest du dann haben ich muss doch schon die ganze zeit noch mehr hallo wieso darf ich nicht darüber sprechen was ich ja mein männer uns dann nein nicht jetzt ja dann morgen dass du bestell oder 48.000 scheiße waren nicht mal 50.000 habt ihr das gesehen ihr kleinen bitches bitteschön ich helfe dir gerne hier mache ich aber jetzt mittelweiter 60 fps warum denkst du ich werde cheaten warum sagst du warum sagst du das junger mann hier sie spielte auf der presse 60 fps schatz und noch soll die was er hat auch stark dach gelassen ich kann nicht mehr spielen ich kacke dir in deine schuhe ja hier kriegt noch andere sounds kommst du noch mit ich bin ich verkacken ich kann mich ganz kurz konzentrieren ich kann mich ganz kurz konzentrieren ich höre die musik nicht mann raus mit die fiecher pop it show pop it show du bist ordentlich am verkacken dadurch ja sympathisch kommentieren und ich habe mich nicht mehr die 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 Was esse ich denn jetzt, meine lieben Freunde? Wisst ihr das? Pizza. Ananas-Pizza. Nee, ich will keine Pizza. Ananas-Döner. Ananas-Döner bei Dominos. Ja. Ja. Ja, nee. Musst mal anrufen, vorn, ob die das hier machen. Ich glaub, Kevin kriegt gleich einen Heulkrampf oder so. Eine Kebab-Pizza. Und auch Pizza. Schön konzentrieren. Ja, Kevin, konzentrier dich. Wtf, wir haben einen Wrapped Chicken-Döner. Geil. Gönn dir. Wtf, kalter Wrap aus Weizen-Tortilla mit Römer-Salat, würzigem Hähnchen-Döner-Fleisch, frischen Tomaten, frischen Gurken... Das ist mir scheißegal, Mann! Verdammte Scheiße, Mann! Gestalt, oder was soll ich denn? Fuck. Was ist alles drin? Ich hab's nicht verstanden, Moni. Hier ist doch Wrap heißer Schlitten. Ja. Was ist denn da drin, erzähl, Mann? Weizen-Tortilla mit Römer-Salat, Chicken... Das geht doch, glaub, kein Hau. Okay. Was ist da drin, Moni? Willst du mich jetzt ernsthaft muten? Er hat seine Kopfhörer gemutet. So, nun? Er hat seine Kopfhörer gemutet. Schlechter Verlierer. Er ist so ne Spaßbremser. Er hat mich gemutet. Er hat alles, er hat jeden hier gemutet. Er hört mich noch. Dede 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 Dede... Oder hat er nur mich gemutet? Ist er bei euch auch mute? Ach, Kevin. Kevin, du willst doch. Kevin. Das hast du grad nicht gemacht. Ich hab wieder geguckt, wer ist denn jetzt beigetreten? Marcel, guck, ich... Rühr meine Tastatur noch nicht einmal. Du siehst doch, das ist bei ihm eine ganze... Ey. 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 Es ist Marcel. Ich weiß nicht, was ich essen will. Marcel, er hat dich einfach gemutet. Oha! Ich hab gar nichts gemacht, ey! Er hat dich auch gemutet. Willkommen im Club. Ja, Michael. Weil ich neben ihm sitze. Ich komm morgen vorbei zu Kevin und dann gibt es Prügel. Ja, von mir bitte eine hinterher, ja? Ich rasier ihm sein Knie. Was will ich denn jetzt? Pizzabrötchen mit Salami und Käse? Ich mache einen Stream davon, dann könnt ihr live kommentieren. Knoblauch und Mozzarella? Oh, Hilfe, ey. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Knoblauch. Knoblauch. Ne, Knoblauch. Knoblauch. Also hier gibt es Pizzabrötchen, Knoblauch und Mozzarella. Zusammen. Damit rede ich gerade noch mehr. Pizzabrötchen mit Salami und Käse. Oh, was will ich denn essen? Pizzabrötchen klingt eigentlich schon ganz geil. Eigentlich. Oder? Wenn I come around. Wenn I come around. Mich hört er ja noch. Ich rufe ihn mir auf sein Telefon. Guck, du verkackst sogar, obwohl niemand mehr da ist. Jetzt hab ich den Tophel und Käse, Mann. Schatz, ich kann mich nicht entscheiden. Hilf mir. Salami und Käse oder Knoblauch und Mozzarella? Salami und Käse. Knoblauch und Mozzarella. Halt die Klappe. Salami und Käse. Ananas. Ich hab ja Knoblauch Dip. Ananas. Ja, dann hast du Knoblauch und 2. Warum macht Salami und Käse jetzt Bauchschmerzen? Salami und Käse ist geil. Ja, ich mach Pizzabrötchen. Ja, natürlich. Ich darf nicht mit singen. Das werde ich hier geschlagen. Aioli vegan? Sonst geht's ihnen gut, oder? Veganer sind auch schlimm, so was es gibt draus. Wir gehen auf den Gabel. Kein Fall zu groß für die kleinen Pfoten. Genau, so sieht's aus. Das ist meine Lieblingsband auf der ganzen Welt, Kevin. Ich muss mitsingen. Ich werde mir das tätowieren lassen, wenn ich könnte, Mann. Wieso kannst du nicht? Paw Patrol. I think I'm down to trouble. Und wieso machst du's nicht? Ihre Haut geht's. Nee, Green Day. Green Day, meine ich. Nicht Paw Patrol. Ja, das Bra passt richtig gut. Green Day war, das war schon immer meine. Ja, dann kommst du jetzt zurück. Ja, dann kommst du jetzt zurück. Also Kevin, seid jetzt brav, sonst geht Kevin rein. Ach, der macht, der hat mich immer noch gemutet, der Penner. Ja. Ja. Fuck. Kannst du mal bitte hauen? Du kannst es leiser schreien. Ja, mein Putain, Mann. Ja. Okay, das heißt auch nur hundert Prozent. Ja, wenn du bist so ne Schwanzbremse, das ist der Wahnsinn. Ey. Es war mir scheißegal, was auf dem Wrapp da drauf war. Fuck. Der fucking Chicken Wrapp, ey. Ich darf dafür fragen, was ich mir bestellen soll. Ja. Aber ich will nur noch drehen. Ach, Kevin. Ja. Warum hat Dominos keine Pommes, Alter? Ich hab Bock auf Pommes. Pommes! 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 Wie viel esst ihr? Was? Und wie viel esst ihr? Ja, wenn das Essen gleich geliefert wird. Eigentlich essen wir immer um 19 Uhr, aber meine Eltern haben vergessen uns Bescheid zu sagen, dass sie gar nicht da sind. Na gut. Hätte ich, dass ihr wie früher gewusst, hätte ich auch Pizza mehr gekauft. Ja, aber gestern habt ihr auch so spät gegessen. Und gestern haben wir nach 0 Uhr gegessen, ja. Oh, ist das schon heute? Ja. Wir essen immer so spät. Okay. Also, bei mir zu Hause ist eigentlich mein Essen 19 Uhr und wenn ich, wenn ich und mein Mann wieder bei ihm zu Hause sind, ist es dann so, wenn wir Bock haben, wenn wir Hunger haben. Und wenn es 1 Uhr morgens ist, dann stellen wir uns auch noch in die Küche und kochen. Wie bei ihm zu Hause? Wie, wie wirst du zusammen? Wie, wirst du zusammen? Nein, noch nicht. Willst du Miki weg? Nee, du hast neul. Wie? Ja, ne, 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 ne. Wir hatten dieses Gespräch. Ich habe dir klipp und klar gesagt, dass du nicht alle meine Waves wegrauchst. Oh, nein. Ah. Ey, du verarscht mich doch. Was sei denn, Mann? Wie viel hast du davon genommen? Jo, sag Züge. Sag Züge. Jo, ich hab Züge. Jo, ich hab Züge gefunden, Mann. Du hast, du, ich hab zwei hier stehen. Du bist, du bist nicht, du bist nicht. Schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn. Ne, Kevin, echt, die kosten 8 Euro das Stück. Du genießt die Scheiße. Ich hab sie bezahlt. Ne, nicht alle. Ich hab die anderen bezahlt. Ob wird sie luchzen, logisch. Ja, aber Jan habe ich bis an. So. Oh. 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 Wieso? Erzählung. Trotzdem noch nicht zusammen das Geld und die Sonnen sind alle im Moment viel zu teuer. Die sind echt übertrieben teuer. Das sagst du gut. So, wo sind wir jetzt dran? Warum sehe ich ja nicht bereit? So, und du wirst Muni nicht nochmal stummen. Oha. Das war eine Ansage. Ich war komplett gemüt. Nicht nur Muni. Ja, das hat mich sehr betroffen. Ja. Was? Was? Ich war emotional am Ende. Ja. Nicht mehr Kevin Stimme zu bleiben. Boah, ey. Habt ihr es? Wollern ihm. Boah. 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 Und es geht schon wieder los. Hay redes Film. Ich hab die ausgeschaltet. Ich höre sie nicht mehr. Na komm, ein bisschen witzig ist das schon. Ich komm gleich wieder, ich geh mal eine rauchen. Mut prendre. Ach. Ahhhh Don't say no! Das ist gut. Wo sind meine Fische? Wo sind meine Fische? Wo sind meine Fische? Das ist Marcel. Marcel muss immer... Boah, ich mute euch wieder. Ich habe gar nicht gemacht. Er hat wieder gemutet. Das hier ist für Kevin. Aua, 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 Aua. Hilfe, Kim hat mute. Ich kann ihn ja noch anschreien. Kevin, 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 Kevin. Kevin, 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 Kevin. Ey, Kevin, ich habe eine Frage. Nein. Nein. Kevin, warum hast du einen Rock an? Also wir schillen uns jetzt mal. Bober Kuvra. Ja. Wir... Wir chillen uns mal! Der Menne, ne? Der kann nichts ab, da. Ich will meine Ohren explodieren. Oh! Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt muss ich mich entscheiden. Pizzabrötchen und den Dip. Wer ist das jetzt? Ist das jetzt Beppo? Ich bin überfordert! Nein! Nein! Ich bin voll raus! Nein! Nein! Scheiße! Fuck! Ist Marcel jetzt rausgegangen? Nein! Ah! Und Beppo auch nicht! Wir bearbeiten deine Zahlung. Nein! Oh! Fuck! Okay! Tschüss! Also wir dürfen uns jetzt nicht mehr hier so eskalieren, Leute. Warum bist du raus? Das war jetzt nicht meine Absicht. Nein! Wir müssen uns... Ich... 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 Ich höre... 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 Papa, doll! Papa, doll! Papa, doll! Papa, doll! Kannst du deine Pizza nochmal bitte eingeben? Hase? Hm? Du musst deine Pizza bitte nochmal eingeben. Ich muss sie gerade alles ganz schnell abbrechen. Oh mein Gott! Weil es aus beinationalem Vater geliefert worden wäre. Ich mich nicht! Warte, 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 ich muss sie doch erst mal suchen. Wo ist sie denn? Oh mein Gott, mein Kopf! Jetzt, wo Monique sich beruhigt hat, geht es viel. Wieso, wo ich mich beruhigt habe? Du hast die... Du hast den... Den... Den Sound... Soundkampf angefangen. Oh! Oh! Knoblauch! Knoblauch! Knoblauch in Öl! 13, 38, richtig? Also ich kann mich konzentrieren. War das jetzt Beppe oder war das jetzt Marcel? Ich mein... Mein Name ist Horl. Ich weiß von ihm was. Und das habe nur Knoblauchöl. Ich habe nur Knoblauchöl. Ich habe keine Fische. Aber sie meine Fische. Oh, fuck! Ich habe euch gerade alle voll ins Mikro geschrien, oder? Eben! Nein. Aber ich bin so raus aus dem Lied, weil ich Paw Patrol im Kopf habe. So, wo ist jetzt mein... Kannst ja Paw Patrol mal nachspielen. Ich höre nur dieses Paw Patrol in meinem Kopf. Bei mir sitzt ein Affe, der klatscht in seine Hände die ganze Zeit. Ja, da sitzt ein Affe, der klatscht, ne? Ja. Wie bei Homer Simpson. Das war so bodenlos, dieses Lied hier, weil ich drei Viertel vom Lied nicht gehört habe. Warum ist das jetzt teurer? Ihr seid so schrecklich. Ihr seid schrecklich. So ist nicht teurer. Ruhe. Ich habe das Viertel, ich will doch... Ich habe gerade gesagt, Momo, die Schachmuh. Achso, ich wollte es sagen, Alter. Bin wieder da. Hallo. Hier ist immer noch Krieg. Oh, fuck, da ist das nächste Lied wieder los. Man sollte nicht auf dem... Das Lied ist voll leise, Alter. Nein, ganz am Anfang nur. Warte ab. Ob ich in meinem ersten Raum kann, ob ich die Hälfte verpasst... ...machen kann, das wäre actually witzig. Ja, kannst du ja auch im Einkaufen machen, weil ich sagst du, ich komme nochmal zurück. Ey, mit Paypal geht fast alles. Deswegen, ich will das jetzt mal wissen, ob... Actually, ich schwöre es dir. Du kannst oben bei mir doch gucken, oder? Äh, werden dich Spieler. Achso, aber da unten steht, 30 Tage später bezahlen. Das kannst du so machen bei Paypal. Essen. Ja, steht immer. Bei mir steht das auch. Aber warum denn bei Essen? Und wenn ich das auswähle, und wenn ich das auswähle, wird es mir angezeigt, du bist nicht auf den bestimmten Betrag. Oh, ich kann es mittlerweile. Das habe ich auch eben mit AliExpress gemacht. Aber so fange ich gar nicht erst an. Bezahlen wir gleich alles auf einmal. Man muss ja schon fast alles ausschreiben, was du noch bezahlen musst. Ja, eben. Nö. Das ist komplett unübersichtlich. Ich habe damit gar keine Probleme. Ich habe das schon des Öfteren gemacht. Das ist voll in Ordnung. Ich mache das nie. Ich muss es mal, ich habe es jetzt hier 10, Schatz, siehe. Lekt mich fest. Warum habe ich hier schwer gemacht? Wollen wir das Essen 30 Tage später bezahlen, oder? Oh, wow, Alter. Das wuchs so leer. Die beiden uns denken wirklich auch, alles klar, kriegen wir unser Trinkgeld jetzt auch einen Monat später, oder was? Ja. In einem Jahr kriegt ihr das Geld vom Essen. Wenn ich noch lebe, ja. Oh, mein Kopf dreht jetzt von all den Sounds. 15 bis 40 Minuten. Ich wette, unser Essen braucht 40 Minuten. So. Kamera wieder ein bisschen weiter runter. Jetzt muss ich einen Kopf aber ablassen. Entschuldigung, nicht du. Das Spiel. Ja, ja. Oh, nein. Ihr seid so schlimm. Ich habe gar nichts gemacht. Aber das ist nicht laut genug. Das sind nur kleine Geräusche. Besser ist. Die brauchen ein lautes Beppe. Du musst uns alle aus dem Konzept bringen. Ich habe meine Sound-Lautstärke auf 15 Prozent bei mir bringt das nichts. Das ist voll laut. Der ganze Stream wird so Kopfschmerzen bekommen. Oi. 2-1. Oh, mein Gott. Ich bin komplett abgelenkt. Nein. Ich bin so elendlos. Goodbye, it's you. Papa, ciao. Game plan on the table. Das war Beppo. Ihr seid so bodenlos, einfach nur. Kevin ist bodenlos. Der hat uns mute. Na ja, ist ein Spaßbremse. Er ist. Aber sind meine Fische. Oh, mein Gott. Mein Kopf dreht. Ich habe so viele Noten verkackt hier in den Kacklied, Alter. Mein Kopf dreht. Got it! Got it! Oh, Marcel. Also, Kevin, ich muss sagen, auch wenn du nicht den Lärm hörst, bist du aber nicht viel besser. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn Nicole hier? Hä? Ja, aber trotzdem, ich dachte jetzt, du kommst jetzt mit 100 Prozent, das ist voll covermäßig, aber nö. Ja, schlagst du nicht. Ja, schlagst du euch einfach alle Striche voll. Boah, ich fett so abkacken jetzt, ey. Ich will zum Gunnergy. Ich will zum Gunnergy. Du willst nur was für ein Cheesecake. Ich wollte, dass ich das als Stingens dazu mache, ne, als Alert. Aber ich darf nicht. Okay. Ich darf auch keinen Singstar-Stream machen. Ich gehe gerade so bodenlos unter. Der Schlagzeug ist zu schwer. Ich gehe unter. Mahlzeit! Oh mein Gott, hi! Was hat dich denn hierher verschlagt? Das sind die alle jetzt. Du, 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 du. Das Lied wird Schlagzeug auf schwer. Das ist was für Beppo. Das ist beim Mittel schon schwer. Spiel auf Profi. Ja. Ich habe 45 Sekunden Pause. Ja, jetzt bin ich auch der einzige. Egal, was macht, Alter. Ich bin kein braut. Ich sehe das, im Unw Gefahr. Im Hatschen bleibt mir Spaß. Taht allein, super Luigi. Ui, du, 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 weißt cooper. Nicht viel Spaß? Ich weiß schon, außer nichts bleibt. Ja, wie geht' Marina für Funk? Er wollte das so machen. Ah, das ist geil, das Lied. Fuck. Oha. Welcome to Mark Paradise. Woo-woo-woo-woo-woo-woo. Woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo. Wooo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo. Fast eine Minute solo, ey. Und meine Wüsche. Meine Wüsche. Oh man, der will schon mal nennen. Man, der will schon mal nennen. Moni! Ihr Mikro ist weg. Ihr Mikro ist weg. Moni! Ihr Mikro ist weg! Wo ist der Mikro dann? Moni! 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 Der hat sich gerade auf Sturm. Ich hab noch nicht geblieben. Moni! Nein! Moni! 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 Wie hört ihr raus? Hey, die wick doch die Nerven! ich habe noch ein paar liga gekauft aber jetzt habe ich keine dinge sie ist nicht gut sie hat kein bock mehr auf euch ihr dingens ist ihr mikro hat sich vorhin schon ein paar mal sie mag dich nicht mehr jetzt bist du ja guck mal jetzt hört man dich wieder warte mal ganz ich muss jetzt mal ganz kurz du magst kevin nicht mehr also zurzeit ist gerade hier wieder familie los und so hallo hallo und wie geht es dir denn so das wollte ich gerne wissen ja ich meine hallo in meinem stream in meinem stream boah ey ich schaue hier youtube-video dem untergrund ständig moni moni ohne witz weißt du ich guck gerade wieso das mikro wieder weg ist da hat sich doch tatsache ich habe hier das ist ja das ding womit ich auch nicht muten kann und so ein scheiß das macht das nicht pass auf das kippt an meinem pulle und anscheinend hat mein körper von alleine mich nüt gemacht wieso machst du das denn du weißt es ja hat mein chat einfach nicht gut mir geht es bescheid man könnte sich ja mal darüber unterhalten ich weiß ja nicht mir geht es denn auch Jenny man kann ja sonst mal gucken dass man das Discord ein bisschen chattet oder so ich bin doch eigentlich auch bei dir drinnen oder nicht hey ja ich bin auch bei dir immer noch im server drinnen ALTER EEE ich bin bei dir immer noch im server drinnen ich hab das nie verlassen ich bin wieder weg was nein warum bist du so eine Spassbremse du bist so eine heftige Spassbremse wir haben alle das Soundboard geht es dir gut wir haben alle das Soundboard wir sind alle mit dem Soundboard dabei alter ich hab Profi gemacht ich weiß ich hab schon geantwortet guck mal Kim mhm und jetzt Alter, Alter, wir beruhigen, wir beruhigen uns. Ich stelle Discord ein bisschen leiser. Oh mein Gott, ich hab schon verkackt. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich das... geht die Desktop-Audio eigentlich bei mir so? Ja, es war in Ordnung vorhin, Nenne. Wenn du nichts daran geändert hast, ist es in Ordnung. Ich hätte jetzt bestimmt meine Zuschauer verlieren, weil Marcel hat die fertig gemacht mit seinem Soundphone. Da weißt du, wenn man... nicht bisschen Spaß verstehen kann. Ist Kevin jetzt schlafen? Auf. Aber nie Walking Deck gespielt, aber mit Rick Grimes spielen. Nie geschaut, aber damit ein Skin spielen. Ich habe einen Korn auf dem energy-Adapt. Ich habe ihn noch nicht gewöhnt. Ein Korn auf dem Tod. Ich habe einen Korn auf dem Ding gesehen. Ich habe ihn nicht gewöhnt, wie ich dein Korn auf dem Ding gemacht habe. Ich habe ihn irgendwie schlecht gemacht. Ich habe ihn auch in Ordnung. Oh mein Gott, ich habe ihn auch in Ordnung. weißt du nimm mal einen guten Song ah bla 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 hab ich jetzt nicht gelesen wir müssen schon die Lieder nehmen die Fortnite hat wir können nicht unsere eigenen rein machen ich glaube wenn du meinem Papa gesagt hättest das ist kein gutes Lied hätte der dich gesteinigt jetzt ist mein Spiel hängen ich glaube ich glaube ich habe lachst du echt mit dir selber ich habe keinen plan warum du lachst aber waren so viele gar nicht das genommen das genommen ich war gerade entaktioniert ich habe jedes mal sich mutet wenn es wurde gerade lautstark im stream gesagt dass du eine muschie und in meinem städt steht gott verdammt kevin typisch alpha kevin ja wenn du bist du machst dich so unbeliebt ja 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 du bist du bist du emotional damage was ist das an marcel dass wir machen emotional damage Das war's. ich sehe dich aus dem augenwinkel du kleine meine katzen liebe und zu nein die liegt sich wieder die wieder ins pc und dann ist sie schwarz ist es eigentlich wieder ja deswegen ich will keine katze und keinen hund hier haben ich mache die tür immer zu aber kevin glaubt immer wir müssen die tür riesengroß aufstehen haben damit auch jeder jedes tier reinkommen kann er mag es nicht weil er ist immer weg ich kann nicht sehen was da steht im chat das ist ein geiler song steht da noch ja die city der bühne das hast du etwa ein problem mit schwarzen nebo ist ja auch schwarz ja ich bin die ganze zeit noch gut ich meine ich bin selber wieder und konnte gar nicht für euch wieso machst du das ich weiß ich habe ich doch eben schon gesagt das lieb muss auch schwer spielen du bist komplett überfordert das ist ja auch eine kohle kohle eine frische halbte folge hier babo da kommt bestimmt noch mal angreif rengen hier ja ok jetzt ist die weinwacht jetzt muss doch profi spielen da gehen auch mit dem kontroler ganz vergessen Äh scheisse Echt? Das gefühlt gar nichts, Alter. Ach guck mal, guck mal. Oh, endlich. Boah, Alter. Die Musik ist Wasser oder was? Ja. Also, Kevin, ich muss sagen, die Leute, die nicht mit uns reden im Discord, brauchen noch keinen Kommentar abzugeben. Bin ich denn mal so arg? Du unwichtige Gestalt! Kevin, sei ruhig, schreiben wir hierhin. Kevin, sei ruhig. Wenn ich davon gesprochen habe, dass Essen da ist, hat's geklingelt. Kevin, sei ruhig. Das ist Fabio. Wow, Fabio. Yeah. Perfekt. Schatzi, hier. Mensch, das Schiffei ist repariert. Fabio, ey. So. Oha, da gibt es Essen, ja. Oh, jetzt hab ich meine Minimus. Oh, Leute, das ist egal. War das doch nicht egal. Bööö, Fabio. Ha, wir mussten ja erstmal noch Essen bestellen hier. Meine Eltern sind echt geworden. Er, wenn er sagt, hast du ein Problem, er weiß, wo dein Haus wohnt. Fabio sagt, hast du ein Problem, er weiß, wo dein Haus wohnt. Kim? Ja. Mein Männer fragt, wie er mehr Sounds bekommt für das Soundboard. In Discord, oder was? Im Internet. In Discord, ja. Er soll unten die Channel-Büro benutzen, unter dem Plus. Und da ein Lachstappen-Porten gehen. Wer soll denn für den Trash-Talk gucken? Marcel hat da doch eine Seite verlinkt, gestern. Echt? Na ja. Sind die kostenlos, oder muss man die kaufen? Nein, die sind kostenlos. Die sind kostenlos. Die halt nur runter, also. Downloaden. Also, Schatz, du gehst jetzt in den Server. Dann gehst du auf Trash-Talk-Chat. Trash-Talk-Chat. Und da hat Marcel gestern einen Link hingeschickt. Die kann ich mir auch runterladen. Kann jeder, ja. Und wie lade ich die herunter? Du musst auf den Namen von dem Sound klicken und dann auf MP3 herunterladen. Auf den Namen? Sonst kannst du die in Discord nicht hinzufügen. Egal. Und dann zu meinem Soundboard hinzufügen, oder was? Nein, als MP3 herunterladen. Ja, als MP3. So, jetzt kannst du die nicht hinzufügen. Dann setzt du sie zu, ähm, Dingens hinzu. Ah, jetzt habt ihr wieder dieses schöne Ding an. Aber da brauchst du einen eigenen Server für. Ja. Ich hab einen eigenen Server. Okay. Kevin macht wieder das Solo! Warte mal kurz, jetzt muss ich das mal ganz genau nochmal verstehen. Wie geht das jetzt? Du klickst auf den Namen von dem Sound. Ja. Ja. Und dann als MP3 herunterladen. Das hab ich gemacht. Ja. Und dann gehst du auf deinen Channel. Piu, 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 piu. Oben auf Server Einstellung und dann kommst du direkt zu Soundboard. Oben auf Server Einstellung? Auf deinen eigenen Server Einstellung. Auf deinen eigenen Server Einstellung. Und dann geh auf Server Einstellung und dann? Und dann steht das Soundboard. Und dann steht das Sound hinzufügen. Soundboard. Sound hochladen. Stöbern. So schwer kann das doch nicht sein. Alter, guckt euch das an hier. Guckt euch das an! Hör dir das Schlagzeug! Oh Marcel! Was hast du gedrückt? Oh mein Gott! Wie ist das passiert? Ich bin einfach nur Schlagzeug und bin auch schwer. Ich bin einfach nur Schlagzeug und bin auch schwer. Scheiße! Muss man Emotionen zu tun? Nein. Nur eben bei meinem Server glaube ich kann niemand einen hinzufügen, weil ich hab das blockiert. Ja, ich wollte erletzen, durfte nicht. Ja. Das auch zu deinem Geburtstag, weißt du? Ha? Das auch zu deinem Geburtstag. Ja. Und dann kann ich sie auch hier nutzen, oder wie? Ja. Ja. Musst du nur auf deinen Soundboard und dann auf deinen Channel gehen. Aber hier steht noch Abonnieren. Du kannst diesen Sound gerade nicht nutzen. Nutze deinen Lieblings-Sounds im Discord und... Oh, hat sie... Musst du nicht dafür Nitro haben? Ach so, das kann natürlich auch sein, dass du Nitro brauchst dafür, ja. Wie kostet Nitro denn? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube es ist 60 Euro pro Jahr. 10 Euro im Monat... ...und 100 Euro... Oh, Marcel! Oh, Marcel! Oh, Marcel! Oh, Marcel! Ich drück die Hälfte an! Muss ich das jeden Monat kaufen? Nee, du kannst das auch einmal im Jahr machen. Kannst monatlich oder jährlich. Ja, aber ein Jahr sind 100 Euro. Ja, ja, ich hab für ein Jahr genommen. Das Geld habe ich jetzt nicht. Ein Jahr zu bezahlen. Lola, bitte! Ja, so fehlt das nix mit der Kaution. Aber... Kannst du nicht... Kannst du nicht die Sound von Kim benutzen? Doch, Popatrol nutzt sie doch die ganze Zeit. Ah, okay. Dann, äh... Geh mal bei Discord unten, unter dem Plus. Also, wo deine Server stehen links. Und dann unter dem Plus. Erkunde Server. Ja, und sie nehmen einen Monat und dann cancel vom Monatende schreiben sie dann. Und dann... Und dann tippst du oben in der Suchleiste einfach Soundboard ein. Dann hast du die ganzen... Bei Yogi. Du musst halt die Channel beitreten, wo die... Wo die Sounds drin sind und gut. Digga, das war aber richtig schwer gerade. Ich bin fast meine Hände gebrochen, ey. Passt du auch? Dann... Dann passt. Nee, ich hab Schlafzack und dann auch schwer. Hm. Das Lied, was gerade war. Du musst... Schlagzeug nehmen und dann auch schwer. Und dann das Lied, was eben gerade war. Hast du auch das Sound, oder was? Nö, ich bin nicht... Ja, kann sein, weiß nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ihr habt das alle gesehen. Muss ich dann... Das monatlich bezahlen, die 10 Euro? Du zahlst das monatlich. Ja, wenn du monatlich einstellst. Naja, natürlich. Oder du kündigst das. Zahlst du Netflix auch, oder? Nö. Du musst Netflix auch monatlich bezahlen. Also ich hab Netflix, Amazon, Spotify, YouTube. Obwohl ich Spotify überlege, zu kündigen, um YouTube zu behalten. Na, ich benutze so viel Spotify jeden Tag. Ja, ich auch. Aber mittlerweile auch YouTube. Naja, das benutze ich ja. Das wir mich haben überlegen. Also jetzt YouTube Musik, ne? Du hast die Nitro jetzt nicht holt. Du zahlst monatlich 10 Euro, ne? Was für ein Netflix? Das glaube ich du. Ich hab auch Netflix... Ich hab einfach einen Netflix-Account, den ich fast gar nicht benutze. Aber ich hab ihn. Ja, warum zahl ich denn monatlich? Lull. Ja, aber Fabio ist normal. Ich hab Spotify, YouTube, Premium, YouTube Music, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus. Ja, okay. Ich kann mal mehr. Hulu, wenn das jetzt kommt, blieb ich den auch noch. Ich hab nur die Basics. Du kannst deine eigenen Emotes machen, Soundboard machen. Du kannst Server pushen, damit die mehr Sound sind. Ja. Naja, könnt meinen gerne pushen. Und wenn du deinen Stream im Discord teilst, kannst du eine höhere Qualität machen. Dafür ist das ja auch eigentlich gedacht. Ja. Du hast eine höhere Bandbreite bei denen. Ja. So, ich muss mal ganz kurz eine rauchen. Boah, mir ist ganz warm. Natürlich auch. Na, mach ich grad. Ah, ja. Du musst alles haben, Fabio, weil nicht jeder Internet... nicht... also Netflix hat... The Guilty keine Disney-Filme mehr. Disney Poop hat aber keine... Mord-Dokus. Die Tischen side... Wie viele Mord-Sokos, guck ich den so an, in der Woche. Wohl, Moni... Ich bin da. Ja, wo ich seinan kann. Ich bin da. Ich hab' dann Essen. Ja, und? Ich mag, dass ich mein Partner zieht. auch den schwarzen balken komplett weg machen ich habe meine kamera du kannst du eine obs 10 aber neben deiner kamera auf dem auge drücken also ich habe youtube premium ich habe ein game pass weil ich spiel keine xbox schmutz ich habe ich habe mit roh ich habe ich habe playstation ich habe playstation ich habe ich habe die hat man die hat man immer ich habe ich habe ich habe ich habe youtube spotify netflix playstation amazon dann von amazon diese channel diese diese hochschule und paramount habe ich ähm, was soll ich denn noch? Playstation-Spieler sagen immer, dass Xbox Spiels ist, da kommt's nicht. Nein, Xbox ist auch geil. Achso, ich hab Discord. Also Nitro. Ich hab... Boah, es wird mir noch abgebucht. Äh... Ich war noch früher, bevor der Monat hochkommt. Ich hab noch ein Kinder-Auch. Das ist gar nicht wahr. Das, wenn's hochkommt, insgesamten Huni. Insgesamten Huni, wenn's hochkommt. Du Mann, Jesus. Ich hab sogar noch mehr. Noch mehr, Kevin. Guck, ich hab... Ich hab Amazon, Netflix, Spotify, Google... Xbox ist auch geil. Allein schon die, die, äh... PSN, ich hab... Kindle, ich hab... Ich hab... Alle Gaming, Sabo. Hulu, sobald Hulu kommt, hab ich auch noch Hulu. Allein schon die Exclusive für Xbox. Ich hab Hulu. Ja. Und jeder lebt auf meinem Disney Plus. Jeder lebt einfach bei mir auf Disney Plus. Ich lebe bei meiner Freundin auch bei Disney Plus und bei RTL Plus. Meine Eltern sind bei mir, Kevin, äh, Inya. Ich guck sie nicht. Ich guck sie nicht. Ja? Ja, aber du bist drauf. Ich guck sie nicht. 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 jeder hat bei uns sein eigenes ich teile höchstens mein spotify mit meinem papa zu stimmen weiter was habe ich noch ich habe noch ich habe noch ich kenne was ich habe das habe ich noch ja keine ahnung bei mir wird bummelig ein huni immer abgezogen muss man bei nitro die adresse angeben keine ahnung damit sie dich finden wenn du nicht bezahlst oder wenn du nach einem monat wenn du nach einem monat plötzlich schreibt er er hat also nintendo online habe ich auch ps plus habe ich auch das musst du anklicken sonst kannst du es nicht abonnieren das heißt wenn dir das nicht gefällt dass du dein geld zurückverlangen kannst dadurch darauf hat sich dass du das musst du anklicken trotz kannst es nicht es gibt keine geld zurückgebracht jetzt haben wir gewollt ihr das erst später sagen dann bin ich der einzige jetzt noch ohne nitro oder was schon das kann ich mich auch von meinen anderen leuten benutzen ok wir haben es verstanden es geht ja wenn so ich wollte eine rauchen ist okay es geht kann ich die server nicht irgendwie ein bisschen egal nicht toll ich mag fan den weg was willst du mit den servern kann ich dir nicht sortieren dass mein server mit oben ist nein sehr leider nicht kacke das was du als letztes verwendet hast du hast du da oben was das nur gemacht für die sound nein ich kann ja jetzt einiges ändern ich habe mir jetzt aus okay okay so tschuldigung aber ich muss dir kurz einiges rufen alles ja ist gut man das ist kein wie ganzer zeit ja äh äh ich höre Moni ja nicht mal ich habe mir jetzt nicht mehr Muni, wie hat dein Kopf? Erzähl uns mal ein bisschen. Was war drauf? Das willst du jetzt wirklich wissen? Jetzt willst du's wissen? Jetzt? Ja. Jetzt ist der rum. Boah, ewig Kinder hier! Ja, komm, 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 komm! Nein, Alter, ach, jetzt geht der wieder los! Eigentlich mal die, ne? Gerne Wochen, dann ist einer schon weniger. Okay, du musst nicht drücken, das geht. Schatz, warum geht das jetzt nicht? Hier, guck mal, das geht nicht. Warum nicht? 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 Nein, das buggt richtig. Und? Was buggt? Du musst oben auf deinen Server gehen, ne? Ja, ja, ich bin da ja. Ich will ja grad einen Sound hinzufügen. Aber wenn ich den, wenn ich Sound hochladen drücke und ich wähle den einen aus. Achso, du kannst nur, du kannst nur bis 5 Sekunden machen. Du musst den, äh, kürzen, wenn er zu lang ist. Du musst die, äh, Stelle raussuchen, die du haben willst, und den kürzen. Du musst den kürzen, wenn der zu lang ist. Du kannst ihn bis 5 Sekunden machen. Also 4,99. Die kannst du auch, äh, ja. Ja. Übelst die Empleo, Alter. Musst wieder dreimal spügeln, was denn? Ja, ich fahr jetzt auf Arbeit schon einmal, ey. Ich fahr jetzt auf Arbeit schon einmal, ey. Musst die Tor da gestopft. Musst ich die alle bei Donutlo da lassen? Ja. Sonst findet Discord das nicht wieder. Oh, ich geh ein Rauchen. Dich gleich. Oh, jetzt hab ich fertig, weißt du. Okay. Okay. Ja, ich mach das nicht mehr hier. Das ist gut. Ja, ja. 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 Am besten ist noch das. wie viele lieben jetzt gleich aus dem stream Genau, ich bin Galantza, der die größten Schichten der Quartier, der der Schiffelte der Quartier. K-Gladbe! Was sind Sie mit den Blancen, mit dem Blancen? Du musst diese Dinge überraschauen. So, dann... Köhöööö. Barzah? Uhuhuhuhuhuhuhuhuh. I wanna let you down. Wow. Ach, die Hörners alle bei mir auch, was ich hier auswählte, ja? Ja, ja, ja. Scheiße, ihr hättet das nicht sagen dürfen, sonst hab ich hier was zu tun. Scheiße, ihr hättet das viel. Es zieht, es röntger, auch gleich gleich gleich. Scheiße, ihr hättet das viel. Na, Schatz, du bist auch grad fleißig am stöbern hier? Bist auch grad fleißig am Tupacken? Hilfe. Warte mal, ich will mal kurz eine Kombi probieren. Warte mal. Ah ne, wo ist mein Zeppel hin oder warst du das grade? Das war ich. Hier. Warte. Warte. Guck, wir machen ein ganzes Gespräch, Marcel, fang an. Okay, warte. Ich muss dann antworten, dann machen wir so weiter. Okay, warte. Hier. Äh, warte, warte, warte. Oh mein Gott, ich hab einen im Kopf, ich muss den nur... Was? Ja, warte, warte. Warte mal, was Du? Wir sind noch nie, ich habe wieder. Wir sind schon schon gariert. Jetzt, bitte! Dann schau mal. Warte. Warte. Hier ist mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich habe mein Gott. Ja! Oh, es lieb. Oh nein, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Was ist denn hier? Schalte mehr Plätze frei. Was soll das denn? Äh, du musst deinen Channel boosten auf Stufe 2, dann hast du mehr Plätze. Das kommt jetzt auch wieder, oder was? Ja. Oh nein, ich wollte nicht boosten. Scheiße. Äh, ich dachte, das kostet. Ja. Achso, ne, wenn du das erste Mal Nitro hast, hast du zwei Boots frei. Also, vielleicht kannst du deinen Kanal auf Stufe 2 boosten. Aber du kannst ja boosten. Du kannst ja boosten. Ja, okay, wir wollten ein Gespräch machen. Das erste Mal kannst du einen Posten boosten. Hat mir er gerade gesagt. Ja, weil du hast ja Nitro neu. Zwei Mal konnte ich mal nicht boosten, ne? Ja. Was ist denn los? Ja, zwei Mal kannst du boosten. Äh, warte Marcel, wir machen es anders, okay? Wir machen es so. Jetzt darfst du reagieren. Wir machen es aber nicht. Ja. Was ist das? Ähm... Ähm... Nein... Ähm... Ähm... Jetzt... 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 Wow, geht dann ab, Solo! Wir haben gerade ein ganzes Gespräch mit einem... Dankeschön! Wir sind nur vier Zuschauer noch... Warte, warte, warte... Ähm... Ah, ne, warte... Oh... 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 ... Das war ein sehr kurzes Gespräch, ich sag... Oh, jetzt kann ich aber auch ein Dings reinhauen, wenn ich reinkomme, ne? Ja. Was ist denn? Das, das eventuell nicht. Ey, Kevin macht das Glieder, der ist das, was wir grad zum Schluss hatten, und der macht mal Schlagzeug bitte. Auf, auf schwer. Das war... Welcome to Paradise. Ich mach mal so anderes rein. Boah, ich hab da nicht reingemacht hier. Nö. Guck, aber Kevin wird das Schlagzeug noch machen. Er war da nicht schön, wenn der ja stur ist. Boah, Leute. Was denn? Ich mach hier grade gar nichts, ich lad mir nur welche runter. Okay, let's go! Oh, my daddy! Okay, okay, Marcel, Marcel, Marcel! Wo? Bruder, Bruder! Oh, ich hasse dieses Lied. Ja. 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 Hatfuck ist in der Hauce tonight. Kevin ignoriert mich so hart kaum. Ja, ja. Man muss das mit Beppo spielen, dieses Spiel. Ja. Beppo singt alles wunderschön mit. Oh, my god, ey. Das war voll laut. Was, äh, Beppo, du musst mitspielen. Und ich möchte, dass du den Rap-Part mit singst. Und ich möchte, dass du den Rap-Part mit singst. Du musst mit Peppel Bad Romance machen. Wow, wow, wow. Party Ruck is in the house tonight. Have a good time. Can neither make you lose your mind. Do you have a good time? Hey, that's right. Party Ruck is in the house tonight. Have a good time. And neither make you lose your mind. Do you want to set the Sound-Lautstärke down? What is that? Do you want to set the Sound-Lautstärke down? Do you want to set the Sound-Lautstärke down? The Sound-Lautstärke down? I thought you are too late, right? Do you want to set the Sound-Lautstärke down? You are gonna set the Sound-Lautstärke down. We want to set the Sound-Lautstärke down. Wait, I think your third time has been to the Sound-Lautstärke down. I hear you very rarely. Why? Wieso? Mein Spiel ist so laut. Und ich sing mit. Aber ich mein, streamen wir auch bei Discord noch offen. Ja, ne? Get your hands up to the sound. Do the sound, get the sound. And we don't make you lose your mind. Wow. Wow, put your hands up. Every day I'm suffering. Tja. Tja, pocha. Pucha, pocha. Pucha, pocha. Pucha. Ah, fick doch deine Mom. Ey, ich verdrück mich grad so oft, alter. Ja. Scheiß, Rau, Alter. Ja, kevin, das war aber nicht dick, wa? Ach so, okay, 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 ja. Also Leute, ich sag nur das. So, ich bin hier echt fleißig am hinzufügen. I'm saying have a fun. Aber irgendwie... Klappt das nicht. Ja, bitte. Ja. Ja. Okay. Du kannst ja meine auch benutzen, ne? Oh, Beppo, hier sind so schöne Lieder, die du mitgrönen kannst. Ich habe einen Viereck, hast du so ausgemuddelt jetzt. Ich drücke hier nur durch den Viereck, gefühlt. Ja, ich bin hier in Klappt. Das ist so, dass wir hier ein paar Fragen haben. Und das ist das, was die Stimme der Zettel zu sehen. Die Bände können fliehen... Ich weiß, dass ich das für mich ist. Das ist für mich sehr, 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 sehr. Das ist für mich sehr, 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 sehr. Das würde ich auch haben, gucken wir, wie lang der ist, auf alles. Ich habe gerade nicht geguckt. Oh, fuck. Nein. Doch, ich kann es von der anderen Seite doch noch verändern, na? Wo sind denn alle, alle sind so still, was ist hier los? Konzentriert. Ja, ich kenne das Lied nicht, Alter. Hat so viele Töne. Ja, ich kenne das. Ja, ich kenne das. Jenny, was ist los? Hast du jetzt alle fertig, Schatz? Boah, was für ein Lied. Schatz, bist du fertig? Oh my god, das kommt in NIEE. Schatz, bist du schoferig? Okay, bin ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Alles klar. Oh, ich hasse das Lied, das hatten wir letztens. So ein Schmutz Lied. Das ist so ein blödes Fortnite Lied. Bissig ekelhaftes, dummes Lied. Wird Kevin gewählt. Ja, bestimmt. Nee, das war ich. Keine Ahnung nicht. Boah, Alter. Ja, du wirst leiden jetzt. Oh, fuck. Oh. Ihr seht ja was schon, ne? Ach. Ich kann nicht gucken, das lustig ab. Hey, ich bin da. Fuck. Ups. Hey, ich bin da. Find ich eine Spinde. War das doll laut oder ich kann das aber nicht so. Ne, dann war es in Ordnung. Let's go. Der ist ultralaut zum Beispiel. Was ist damit? Der ist auch okay, naja. Also meine Spielemusik ist ein bisschen lauter als das Chord gerade. Happy, 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 happy! Wenn das du dumm bist... Kann es sein, kann es sein, kann es sein. Den habe ich auch. It will never happen in the way we are nothing. Wer besitzt mein Stream? Ehm, einen Moment. Ich habe so viele Streams, wir haben auch von... An Discord. Das Kützeli? Ja okay, jetzt gibt es nichts mehr zu sehen. Bitte? Warte mal, jetzt will ich gerade daran sehen. Da muss ich auch raus mit den Viechern. Ach so, nee, das hast du ja. Das reicht ja, wenn du das hast. Digga. Das geht noch, Marcel. Da ist noch Luft nach oben. Ich spüre auch schwer. Das Lied ist einfach Müll! Ey, komm, die Stelle, die fetzt. Müll, Müll, Müll! 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 Alles klar! Yeah! Das Lied nimmt kein Ende! Und ich muss auf die Toilette! Und ich muss auf die Toilette! Ja! Fuck! So, ich bin auch sofort wieder in meinem Chat da. Und im Spiel. Boah! Wo ist denn der Emo... Mann, der Tiger kann sich mal einen Fetten in den Schwanz ficken. Oh Mann. Das nimmt kein Ende. Ist ja wie ein Metallica-Lied, Mann. Nur das ist wenigstens gut. Kann ich jetzt pinkeln? Oh, Alter. Oh, mein Toh tut weh. Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Ich geh, ich geh. Kevin? Mir wurde gesagt, du stinkst nach Fisch. Ja, ich bin für mich der Einzige da, der Fisch stinkt. Marcel hat gesagt, du stinkst nach Fisch. Nee, ich hab gesagt, ich bin nicht der Einzige. Marcel hat gesagt, du stinkst. Wer bin ich? Äh... Na, 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 na. Moni? Ja? Was läuft? Du bist schon in dem, in der Tutorial schon seit zweier Stunde. Was machen Sachen? Äh, ich guck grad so ein bisschen noch hier, so nach Sounds eigentlich, aber ich glaub... Nee, du bist am Stream. Prioritäten setzen, um ihn. Ich hab' ja vergessen, dass ich schwimmt. Nein, das hab' ich vergessen. In der Nase bohren, pupsen... Ja, wo ist dein Männer dann? Mein Männer, der ist auch am Zocken mit seinen Jungs. Ja, wir sind auch Jungs. Das weiß ich, man. Weiß, dass ihr auch jung seid. Ja, man. Ja, man. Ja, ich bin ein Junge. Ja, ich bin ein Junge. Ich hab' keine Haaren. was sind die von meinen schatzen jetzt ja caillou caillou ist ja es ist ja das gerücht dass caillou an krebs gestorben ist und krebs hat nee es ist auch definitiv so der die zeichnerin von caillou hat das ja damals auch bestätigt ja es ist eigentlich so dafür sind die zeichnungen so so traumhaft dargestellt weil es sind eigentlich erinnerungen die hat mich gebissen was kann ich jetzt mit dem nitro so tolles machen mit meinem profilbild flexen ist auch so heiß zum flexen du kannst zeigen dass du zehn euro im monat dafür ja du kannst ja dein profil animieren wenn du zum beispiel auf meinen namen drückst du siehst du dass der farbisch ist beweglich für den für den rand von discord als bilderrahmen muss man alles kaufen dann siehst du dass bibbo farbig ist ja das muss man ja alles kaufen hier ja ich passt nicht auf ich kaufe immer nur hast du gesehen dass paul patrol hier aufgeführt wird ja ja in der anderen die machen hier so ein theater stücken irgendwie so ich glaube es ist der fahrer 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 ich glaube dann schlafe ich heute also den abend nicht das klingt nicht natürlich kommt die käme nicht rein weil dann da steht maximal bis 12 ich bin so klein ich bin so klein verleiht dein profil einen fantastischen look ich will aber nichts dafür ausgeben ja so bei mir reicht es aber für fordneid wie null bauen was machen sachen er spielt noch ich weiß gar nicht was das ist kevin was was ist fordneid nein dieses papa schon was da gemacht und das willst du nicht wissen es ist eigentlich ist das ein erwachsenen film ist nur heißt nur papa toll weil sie kopf hat schon nicht schreiben konnten ich werde es aber fragen gehst du mit mir mit ja dann macht ihr das er hat ja keine uni mehr hat ja nichts mehr zu tun die gute lasst ihr mich jetzt alle alleine stehen ihr seid so ekelhaft willst du spiele null bauen ihr seid so ekelhaft einfach die käme alleine gelassen aber echt er hat mich wie so kleine huren söhne hier alleine stehen lassen ja 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 hier leck mich mein spiel packt doch er hat mich alleine stehen gelassen doch hast du lüg nicht junger mann ich guck mal wie es aussieht bei tecken motion oh dammit ja den hast du mir gerade gemacht ja puh dich selbst fick dich sich einfach hier alleine stehen zu lassen du stinkt hier du ekelhaftes stinkt hier aber er stinkt noch fisch ich hoffe du kriegst ich hoffe du kriegst mega fetten durchfall ja ich hoffe du kriegst so fetten durchfall dass du richtiges richtiges wundes arschloch hast geht es jetzt wieder los oder was ja Marcel so machst du immer ich habe jetzt auch alles was sich bewegt mein profilbild tanzt sogar mein profilbild eigentlich auch naja ja na ja ja na 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 ja ja das hat jetzt richtig gut funktioniert ja guck mal ich kann mich schon mehr hier spielen bei mir bewegt sich jetzt auch meine mini maus und verbeugt sich denn die ganze zeit wenn ich spreche Das kannst du alles eingeben da. Und dafür hast du 10 Euro gezahlt. Ich hab auch mein Soundboard. Okay. Ich muss wieder Tekken wechseln, Marcel. Okay. Tekken 8 oder was? Ich bin nochmal dabei. Ich mach, alles good. Nein, ich will ja... Ich will ja ein Stück... Yeah, mach, du alleine. Ja, mach ich doch. Nee. Das ist ein Gellas Horn, diste. Bitte. Gib mal kurz. Zeig den Jungs, das mal von meinem Soundboard. Das mit dem Cod-Emoji. Du musst den anderen das zeigen. Du willst ja bei dem Cod nicht. Zeig den mal von meinem Soundboard. das mit dem Kotz Emoji. Wo ist er bei mir auf dem Server? Ja, mach. Ja. Ich hab auch Monto hier mit dem Band. Oder mein Motto hab ich auch. Geh mal auf mein Motto, das kennst du auch. Wie mein Server heißt? Moni-Server. Moni-Server, lol. Moni-Server, zusammengeschrieben, oder was? Ja, warte, ich kann dir auch. Visionisch Moni-Toch. Oh mein Gott. Du kannst mir auch noch ändern, oder? Ja, mach ich. Da ist mir jetzt ein bisschen mit dem, mein Motto. Hast du das mit meinem Motto gerade abgespielt bei mir, oder? Achso. Wir hören das halt nicht, ne, weil er ja nicht drin ist. Ja, ich weiß. Ich hab das für euch ja eben schon mehrmals abgespielt. Achso. Guck mal, ich lade dich ein. Aha, wie soll ich dich denn einladen, wenn wir dich mal befreundet sind? Wie witzig. Genauso wie Beppo. Der hat mich schon die ganze Zeit nicht angenommen. Achso, ernsthaft. Aber Beppo kriegt das nicht mit, dass es, das stimmt. Ich krieg das auch nicht mit. Ach du kleines Mistvieh. Wie geht denn das? Ich hab dir, ich hab dir eine Anfrage geschickt. Achso. Da, Freunde. Willst du sterben? Soll ich dir die Fresse polieren? Also, Kim, ich hab dir auch eine Einladung geschickt zu meinem Server, falls du die Lerds dann auch, äh, tun, ähm, weil dich wach bei der Runde. So, gesendet. Ach du kleines Huren. Ach du meine Fresse. Hörst du jetzt auf? Sag was, Hurenkind, du, du. Leg dich hin. Leg dich hin. Leg dich hin. Hat ihr mich hier so weggefügt? Hast du meine gerade genommen? Ja, ich bin nicht gerade zu dumm. Wieso kann ich Beppo hier gerade nicht finden? Wie heißt denn jetzt bei Discord? Da. So. Okay, ich bin drin. Jetzt könnt ihr mir beim, beim Ausrasten zusehen. Wo ist denn Moni? Ich hab so viele Sounds. Na, hier. Alter, jetzt fängt sie an, oder was? Der wird gespeichert. Ah, Aldi, Aldi. Was ist denn hier los? Oh, Digga, starte ich schon wieder gleich in der perfekten Runde rein, Alter. Komm, ich muss den Panda jetzt hier so Hardcore nehmen. Aber ich will gerne, aber kann ich noch nicht so'n, ich will auch so'n Dings haben, wenn ich reinkomme, dass da was kommt. Wie, das musst du einstellen. Wie? Auch in Einstellungssprach, Videochat und dann steht da Beitrittssounds. Oh, du Hurensohn! Einstellung? Einstellungssprach und Videochat. Oh mein Gott! Ja. Und dann unter Soundboard-Lautstärke steht Beitrittssounds. Ich hab so penetriert. Dann lässt du alle Server und dann wählst du einfach nur einen Sound aus. Soundboard. Alter, der hat mich gerade so penetriert. Aber unter Soundboard meintest du, ne? Unter Soundboard-Lautstärke steht Beitrittssounds, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du war Bär. Hurenbär. Es ist nur du Rage-Spiel, Digga. Ich hab so fucking Leute mit dem Dings. Schatz, du kannst jetzt auch einen einstellen, wenn du reinkommst, ne? Was dann kommt für'n Ton. Ja. Warte, ich muss das ausprobieren. Ich muss das ausprobieren. Ihr müsst zuhören. Warte, ich muss deinen Stream lauter machen. Oha! Oh, du bist so ein... Oh! Ja, hat man gehört. Jetzt kommt, wenn ich reinkomme, raus mit dem Viecher! Ja! Nein! Nein! Oh! I can't explain. Nein! Fuck! Dieser Bär. Ich hoffe, dieser Bär. Der stirbt an Krebs oder so. Der stirbt an Krebs oder so. Der stirbt an Krebs oder so. Ich will den Rapp kaufen können. Ey! Jetzt hab' ich umsonst Pizza-Brötchen gekauft. Nice. Ja, wortwörtlich, bruh. Ah, das passt auch. schmutz warte ich komm gleich wieder ja sind das dann schon wieder verrunden alter da kommen wirklich die aggression bei mir raus ja 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 Bruder, komm mal runter, wa? Scheiße! Pass auf, nein, ducken, ducken, ducken. Wow, geh hoch Süße! Wie hast du mich gekriegt, Mann? Ich hab geduckt! Ich hab geduckt! Was ist denn das für eine Sprache? Ich hab geduckt! Komm, Sarafina, komm! Alter, er hat's gecheckt, er hat's gecheckt, er hat's gecheckt! Bruder, deine Deckung ist absolut Bullshit! Ich bin wieder da! Du brauchst nicht mal, dass du weg warst! Nein, ich hab mich übelst erschreckt! Ich hör auf einmal, äh, Lernen von unten, jemand die Treppe hochkommt! Ich dachte, hä, es dürfte keiner da sein! Scheiße! Hier, warum soll ich... Und für was? Äh, es ist die Freundin von Bremsen! Hallo! Was? 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 Hey, warum bewegt sich meine Minimaus nicht mehr? Aha, jetzt bewegt sie sich wieder! Ich wollte grad sagen... Bewegt sich nur noch kurz! Tschüss! Mickey Maus! Alter, du hast einen Minimaus! Wenn ich bitten darf, Minimaus! Okay! Also, wirklich! Hier, deswegen hab ich auch die Öhrchen! Oh! Nein, 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 nein! Ich geb dir den Knutscher, hör auf, Junge! Komm! So hat sie was getan! Nein! Doch! Ich hab ihn! Oh! 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 Ich wollte eigentlich noch duschen, dann muss ich das morgen machen! Tschüss! Was hast du jetzt genommen? This is your fate! Hatte ich da noch einen? Gut! So! Dein Stream, mein Stream! Wieso hab ich nur noch drei Zuschauer? Wer von euch ist rausgegangen? Ich bin drin! Ich bin drin! Oh mein! Alternative Luft! Ja, es passiert ja nix im Stream! Was willst du machen? Fast, völlig! Siehst du das nicht? Was denn? 3 Stunden das gleiche Bild sind jetzt! Ich muss ja ein bisschen was, was denkst! Ja, du musst ein Rap passen! Moni, mach das außerhalb des Streams! Ja! Alles einstellen! Ah! Einstellen! Okay! Solang sie nicht an einer Punkt zit während dem Stream ist es gut! Das war ja klar! Das wäre nicht die erste! Kann nicht alle kiki sein, wa? Mach mal so! Kipi, 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 kipi! kipi, 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 kipi! Mann! Schill doch mal deinen Nippe! Geh doch zurück nach Jamaika und geh Bananen pflücken! Alter, der hat ne böse Deckung, der Bruder! Ach so, Schatz, wir werden morgen auch, äh, hingefahren! Von meinen Eltern! 8 Meter Fußweg! Ja! Der Bruder will nicht sterben! Nein! Bist trotzdem Low Level! Boah! Letzte Sekunde und ich hab ihn gefickt! Bruder, ich hab dich so hardcore in den Arsch gefickt, der kam vorne raus! Das stimmt mit der Hand nicht! Hör auf! Das ist ihre Attacke! Oh mein Gott! Okay! Okay, Bruder! Ich hab vergessen, was ich machen soll! Irgendwann klappt es, wenn du lange genug dieselbe Attacke machst, klappt es! Kim? Ja? Ich hab eben nicht aufgepasst, was ich, wie ich das hier nochmal machen sollte! Was? Ähm, die Aufgabe jetzt hier, ich soll mich in die Bibliothek schleichen! Ich hab aber vergessen, wie ich nochmal... In die Bibliotheke! Kann sie dich nicht unsichtbar machen? Ja, das hab ich ja vergessen! Oh, äh, ich hab keinen Plan! Ja! Es wurde jetzt drei Stunden lang angezeigt! Ja! Wieso hat das niemand geklippt? Ja! Oh! Was, wenn du drei Stunden da stehst? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach doch deine Attacke! Oh! Oh! Oh mein Gott! Mach doch deine Attacke! Oh! 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 rhythmun! Ich will ihn nicht angreifen. Über die blöde, elender Hurensohn. Was ist denn so stark an dem? Äh, in den Kock. Ich muss defensiver spielen bei ihm. Naja, nicht immer rein schlagen. Äh? Komm her, Bruder. Ich hab ihn. So mit O und nicht mit E, das hab ich das sehen. Alter, ein Fenner. Alter, ein Fenner. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Aber wenn du es nicht verstehst und du es sowieso nicht auskennst, ist das schon schwer. Also einmal muss man dir was erklären, das stimmt schon. Danach kriegst du es alleine, definitiv. Ich hab ihn. Sehr gut. Ich hab ihn. Oh ne, jetzt verwirrt die Alpakawiese. Chibi, chibi, chapa, chapa, lullu. Mann! So, jetzt ist er da und jetzt kriegen wir uns im Fall. Jetzt weiß ich gleich wieder, wie das funktioniert. Okay, 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 er greift von unten an. Okay, 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 okay. Na Bruder, du wolltest es nicht anders haben, wa? Du wolltest es ja nicht anders haben. Das macht man nicht mit einer Frau. Ah, da ist aber jemand sauer. Digga, die sind nur unten zum Kämpfer, Alter. Ich fick dich so hardcore in den Arsch, dass du nicht mal weißt, wie du haust. Scheiße, er war zu weit weg. Ich fick dich so hardcore. Ja, ich wollte dich nicht gucken, ich hab dich gefickt. Uuuuuhh 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 Uuuuhh 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 Oh mein Gott, was habe ich gerade gemacht? Uuuuhh Alter, was war das denn für eine Baba-Attacke? Aha Weißen Weißen Du elender Hurensohn Uuuuhh Uuuuh Uuuuh Ja Uuuuh 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 Weißen Uuuuh Was ist das denn? Steh auf! Ein Dummheitsfehler und ist vorbei. Ja. Ein Dummheitsfehler. Ein scheiß Dummheitsfehler. Oh Bruder! Du lässt mich ja nicht mal ausstehen, Mann! Ich schwör dir, du fickst deine Mutter auch in den Arsch, wa? Hoffentlich ist sie stolz auf dich, dass du kein Leben hast. Dummes Hurenkind. Du musst aus der Ecke raus! Du musst aus der Ecke raus! So. Nö, du gehst nicht schrub. Nö, das ist fährt, du gehst schrub. Du schützt nur Orden. Verkackt. Das ist deine Schwachstelle. Das war dumm. Das war dumm. Es reicht. Reicht das? Reicht das? Nein, ne? Doch! Oh, es hat gereicht. So, viel Spaß euch noch. Okay, Kevin. Tschöne Idee. Tschüss. Ach so, aber du darfst, oder was? Was? Soll ich dir was sagen? Soll ich dir jetzt endlich sagen? Dir! Mir? Ich schlag ihn. Ich hab's nicht gehört. Hier. Hier, das hier kann ich dir sagen. Uh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh Gott, es müsste nie mitgeben. Hier, ich hab ihn. Ich hab ihn nicht zu tun. So, bis dann. Tschüs. Tschüs. Ciao, Kevin. Gar nichts. So dumm bist. Oh nein. Oh nein. Kann es sein, dass du dumm bist. Wir haben das in der Lounge. Lounge-Auswahl auch noch. Nee, nee. Ich spiele jetzt gegen Spieler. Ja, dann mal, äh, ne? Mach mal hier. Oh, ne, ich will erst anrufen. Dann in die neue Runde gehen. Ach so, Bebo, äh, Battle Pass bin ich jetzt bei... Äh, eineinhalb fehlen mir noch. Also von dem jetzigen fehlt mir noch ein Level und ein bisschen. Und bei dem anderen fehlt mir halt ja auch noch, äh... Ah, nein. Heute kommen wir, heute ganz viel beim Scheitern zu gucken. Ich brauche noch vier Stück, dann habe ich den voll. Also vier Tokens und dann... Darf ich weinen? Das sind gute, die ich hab, ne? Äh... Das ist schon ein hässliches Tier. Gut. In welcher bist du, Safina oder Paul? Okay. Okay, kommt es auf hin. Oh nein, ich hab mir jetzt eine Frau, natürlich. Sieh, ist die Frau natürlich. GG! Ich mein GG... Wo ist mein... wo ist mein... Autsch. Das wollte ich machen. Was habt ihr gesagt? Du musst dein Spielsorn ein bisschen leiser machen, man hört uns nicht. Ja, ich hab's schon gemacht. Ich hab gefragt, wer du bist, diese Safina oder Paul. Die Frau. Immer die Frau. Das kriegt doch sowieso niemand. Das geht doch aus dem Gameplay nicht, was mir labern. Ist ja nicht schlimm, ob man die hört. Ich musste sie leiser stellen, weil die Töne haben einfach komplett übersteuert. Da musst du die Zaun-Board-Ladenstecker runterstellen, Hätylein. Ich hab meine auf 20. Ich hab meine auf 20. Ich hab meine auf 20. Ja. Warte, ich teste aus. Wie das? Vielleicht mal den lautesten genommen als... So. Okay, ich möchte, dass du nächste Runde die Alte mit dem pinken Haaren spielst. Na, ich hab mein Main. Egal. Challenge. Ich hab die als Bay-Doo-Lieder. Keine Ahnung, wenn Nina ist. Besonde. Okay. Aber ich möchte, dass du die Pinke spielst. Nächste Runde Challenge. Jetzt kommt ein richtiger Gegner. Oh, Tekken-Talent. Was für ein Talent? Jetzt kommen die Richt... Das ist jetzt ein richtiger Spieler. Oh mein Gott, guck ihn dir an. Ich werd so weggebürstet. Wie viel wetten wir? Ich wette gar nichts mehr. Verlierer. Ja, dann... Guck ich dir an. Da pustet mich weg, der Buhr! Ja, das weil du jetzt an mir dran bist. Fun-Best, Junge. Ja, in der Ecke drängend ist voll ungefähr sowas. Naja, komm her. Ah, ich mach das einfach gerne. Jetzt regen die sich auf. Uuuuh, scheiß Kind! Das ist so ein Arsch-Move einfach nur. Kein Fehler, Mann. Oh, na, jetzt hat er mich. Jetzt hat er auch den Move. Na. Schlitz da mich auf. Da kann er halt auch doppelt so viele Punkte wie ich. Das spielt schon länger. Ah, ja. Geht mir so auf die Nerven mit seinem kleinen Butter-Messer, Mann. Boah, der Buhr nimmt mich auseinander. Ich mach gar nichts mehr. Ich glaub einverstehen. Ich glaub einverstehen. Ich lass ihm seine Freude. Guck wie er sich so viel Mühe ergibt und ich steh nicht mal auf. Ich beweg mich nicht einmal. Fertig. 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 Nö. Du kriegst es hin. Es macht ihn nervöser, wenn ich gar nichts mehr komme. Ich hab mich nicht mal bewegt, Mann. Das ist das Problem gegen Spieler zu spielen. Es ist einfach eine ganz andere Liga als gegen die Dinger zu spielen. Deswegen spiel ich lieber einfach mit Arcade. Wer mit wem soll ich spielen mit den pinken Armen? Mhm. Wen meinst du? Sie hier unten. Alisa? Ja. Ah, das hier ist Nina. Ah, okay. Das ist der erste, mit der ich immer gespielt hab. Das Abi hat mich auf die trainiert. Abi hat mich auf Alisa, Nina und, äh, ja. Boah, ich muss gucken. Ich weiß gar nicht mal, was sie macht. Meine Lieblingshöhung kommt aus. Mein Anfänger ist der erste Katzenk clean. Ich 풀 im Winter. Du bist der Phase-Karten? Sic� einfach anges scholar auf Mariana sch Jinping oder sogar zu Drohle. Oh! Diggat, ein kompletter Clan hier, Alter! Oh, wow! Oh, yeah, okay, yeah, yeah. Was? Wow, ich hab keinen Plan mehr. Die sind alle schon über die Aher. Jetzt bin ich schon wieder in diesem Lama-Ding da. Alter, lass mich doch mal austesten, was ich alles kann. Läu, Läu, Läu! Läu, Läu, Läu! Läu, Läu! Ne, Läu! Sieh es, sie mit dem Motorsägen, stimmt. Sieh es, sieh es, sieh es, sieh es. Sieh es, sieh es, sieh es, sieh es, sieh es, sieh es, sieh es. Kann man eigentlich schon Charaktere kaufen? Weil mein Main fehlt einfach. Nein! Falsche Waffe ausgewählt! Ach Mann! Ich muss mich anders hinsetzen. Was ist es? Ich sitze falsch. Oh mein Gott, jetzt kann er mich noch kriegen. Er kann mich noch kriegen, Leute. Wenn er sich jetzt gut anlegt, kriegt er mich noch. Ja, 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 ja. War doch nicht. So ein Hurensohn-Move wie mir. So ein Hurensohn-Move. Okay, er hat mich zu! Das dachte ich nicht so, wenn ich mach es. So. Oh nein. Das ist ein Hurensohn-Move. Als Ob die Hurensohn-Move. Wm erfassten. Also sage das B visited. Das ist gut. oh mein gott das spielt gut ja 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 ich höre einfach gerade rein gar nichts weil das voll laut ist ich seit vier ein halb ja so in die stelle kann man sich um das an nos was so viel um das kann die rio nicht dann doch über nur dort haben da war schon nicht so was er an neige datt ekelhaftes können bei uns den zubereich schießt er hat neue sorten rausgebracht sind aber noch nicht da am 19 kommen die raus mir würde schon die pinke red bull reichen zuerst bei kaufland und dann bei edeka ist er da oh mein gott kommen wir mal hin die fast geflogen marcelio muss ich die ganze zeit mit dieser tante spielen sie ist schon stark aber ich glaube ich habe mich am anfang auf sie spezialisiert aber sie hat mich dann zu viel genervt das war dumm dass das war wie das versendet das machst du doch nicht wenn du meter von mir weg stehst die arbeit rexierbar oh mein gott ich puste dich in eine andere dimension nein er pustet mich in andere dimension nein ich ihn die lösung ausrasten da jetzt kommt jetzt werde ich genommen ich mag welchen absolut nicht so übrigens morgen bin ich am start ne wieso weil ich morgen auf dem geburtstag ich bin ich jetzt nicht in ordnung dass du uns jetzt jetzt einfach so sagt ohne woche im voraus anzumelden was machen wir denn morgen wo weinen wir dann hier wir machen das jetzt aber ich bin die einzige die deine nummer hat du kannst mich bei whatsapp nerven richtig die anna bei discord die kommen morgen wieder so später ich hab ja auch früher und alles okay ich bin dabei und dann schütze ich weiter das ist wieder richtig hexier aufm kopf kriegt sie in ne glatze hier schlucken ja ich bin ja ich bin was was war das dann was ihr da habt oder wie viel ausstehst du da mupp das ist okay das ist okay das ist okay Das ist nicht mein Name. Ich habe eine Frage. Was ist die Frage? Ob sie, äh, ob das ein Zockerzimmer ist, was sie da haben? Ja. Ja. Hä? Wieso? Nee. Sie gibt es, Kinder. Du. Ich habe dieses Licht, immer wieder ab. Um, du hast du den喔! Oh, das ist schon wieder ein Blitz. Wie ist schon wieder in den Korkmonen? Wie aus Does das ein Korkmonen? Das ist mein Korkmonen. Ihr habt wieder ab. Wir brauchen die Anbeten für ein iPad. Du hast es nicht mehr. Du sagst doch mal. Man ist okay. So, nehmen wir die ganz neuen. Die neuen Schlag bei Dara Dora. Hast du gestallt in der Bomberrung? Du kannst gestallt in der Bomberrung. Egal, Alter. Du musst mich zu sagen, über Dara Dora. Das ist ja sehr schön. Ja. Ich muss mal gestopfte bei den Schlag, nicht? Dann muss ich auch schon da gehen. Das ist gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Du hast nur einen schönen Tag. Du musst nur einen langen Tag fahren. Egal, ist es dumm, dass du schon wieder von Lobbys hier, Alter. Ja, guck mal. Wir können ja auch immer die Wette holen, im Kopfhahn, im Druckhahn, im Druckhahn. Und das ist nur noch zu fünf, wird er gegen Dauern. Ich bleibe ja den Sturm am Häufchen, guck mir neu, Paddy. Vielleicht. Und du musst nur einen Tag fahren, oder? Du musst ströten, du musst. Das ist gut. Wollte jemand mich was fragen? Ah, ich dachte, sie wollte mich was fragen. Ob wir ein Gamers Zimmer haben oder was? Ja, ja, doch, ja, ja. Ja, ja, wir haben ein Gamers Zimmer. Ja, haben sie. Soll es eigentlich das Kinderzimmer haben? Aber da ich nicht vorhabe, eigentlich auch Kinderzimmer gehen, ähm, wenn wir jetzt ein Gamers Zimmer haben. Ist auch besser als ein Kind. Ich hab schon Kevin, das reicht als Kind. Sogar meine Mom sagt, dann hast du zwei Stück anstatt eins. Was? Du musst den jungen Christen nennen sie noch Kevin. Ah, äh. Kevin Junior. Depp. Depp. Dekei Junior. Nee, Digga, ich mach dir dieses Drecksspiel jetzt aus, Alter. Da. Deswegen will ich ja keine. Sonst hätte ich welche gewollt, aber vergiss es. Bleibt eh alles an mir hängen, also deswegen kann's knicken. Tue ich mir nicht an. Bleibt doch einfach. Ich weiß, wie mein Männer mit Kindern umgeht und das freut mich auch sehr. Ich werde Patentante von meiner besten Freundin, das reicht. Warte, jetzt hat der mich ins Nirvana gefügelt, aber echt? Ach, Kimberly, ist das dein Ernst? Ah, scheiße, er hat drauf gewartet. Bruder, du gibst hier aber nicht mal ne Chance. Alter, 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 alter. Ich muss mich echt beruhigen, weil das Spiel macht mich gerade so krass aggressiv. So weit der geht, muss ich den Stream ausmachen. Es kann sein, dass das ein Controller bricht. Ja, ich bin tot. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Story-Modus, cool. Das ist hier vorne. Check ein Achterleben. Fünf Kämpfe. Charakter-Episoden, was ist das denn? Ah, dazu nochmal Story-Aufschnitte von den jeweils Charakter. Kommen da noch welche dazu? Dankeschön, wenn ein neuer Charakter dabei kommen, dann werde ich auch neue Story-Aufschnitte kommen. Ich nehme Safina. Guckuri. Ich wünsche mir noch mehr Kraft. Heute haben wir eine sehr gewisse Artikel. Ich bin immer so behindert da, ne? Das macht mich immer so kirre. Guck, und der kraucht über den Boden. Wieso kriecht der da am Boden? Bleibt anscheinend auch auf dem Boden. Bruder. Sie haben mich nicht mit dem Charakter hier spielen. Ich war eine Zeit lang so süchtig, dass ich sogar im Home-Office in meiner Mittagspause extra deswegen die Playzie angemacht habe, um Tekken 7 zu spielen. Ich wollte jeden Charakter perfektionieren. Ich wollte jeden Charakter perfektionieren. Ich habe auch Nigen gekauft und alles. Ich habe auch schon noch geguckt. Wir sehen uns in der Fall von neben mir. Es ist dein Geist. Hier kommt der Kerl von Silent Hill oder was? Welche? Die meisten haben halt überhaupt keine Verteidigung. Das wurde mir immer gesagt. Pass auf deine Verteidigung. Geh lieber nach hinten, geh nach links, geh nach rechts, aber pass auf deine Verteidigung. Der Bull hat gar keine Verteidigung von unten. Wie oft sagt sie das jetzt noch? Oh, die will Jinn, ist schon ein bisschen... Natürlich ist er halbnackt, das ist typisch. Das sind halt einige Charaktere, sind halt auch Pay-to-Win, ne? Kannst du sagen, was du willst. Zum Beispiel Safina ist bei Tekken 7, ist sie ein Charakter, den du extra kaufen musst, ne? Das ist nicht so, was du willst. 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 So Leute, ich mach Feierabend, ich geh mit Dobi noch, um den geh ich pinnen. Bin dann morgen wieder am Start. Brüder, dann viel Spaß euch noch, bis morgen. So, uns. Dannidences des Flamas habe ich nicht, wir haben keine anklebauten. Im Pro Action, vor allem Verstärkt clubs gel nonetheless haben wir die Oberbung. Dort Хотя können unser Trainer brauche ich kein Gegenstand brauchen. Das ist ein Heranlage. Darf ich jetzt auch noch. Schwann-Springen gaktoutete ich nicht. Noch's Gegner... Aber wo bin ich denn Gegner jetzt? Ist der Ernsthaft? Oh mein Gott! Ah, Mann! Wie geht denn das jetzt? Oh, Mann! Lass sie in Ruhe! Ich bin überfordert! Warte, lass mich den hier totmachen! Wo ist das Problem? Äh, ich hab jetzt dauernd schon die Aufgaben, aber ich weiß nicht, wo ich die Gegner finden kann. Ja, folgt ihnen jetzt nur aus, wenn sie nicht gut ist. Ja, und da steht nicht, wo du hingehen musst. Nee, für nicht. Das ist es ja... Oh, Scheiße! Warte, ich... Aber normalerweise müsstest du das doch angezeigt kriegen nach der Karte holen. Ja... Die gelbe Punkte... Ja... Aber das ist... Und unterrechtsstunde Kräuterkunde. Deswegen... Und irgendwo anders auf der Map auch nicht? Nee... Ich auch nicht. Was genau musst du machen? Äh... Ich soll... Die... Ich soll dann mit den Gegnern hier machen, weißt du? Da... Aber meine Karte sollte auch dennoch nützlich sein. Das verstehe ich nicht. Ja... 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 Warte, ich muss überlegen, wo das war. Ja... 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 Jetzt habe ich dich über keine Wechsel... Dass ich angre... Eingreifen würde... Sie möchte auch, dass ich auf einige... Mein Haarenpuffer würde... Nicht... Ich brauche meine Karte... Hm... Deine Karte? Ja... Aber was steht denn auf deiner Karte? Das ist das Problem. Ja... Halt... Nichts, ne? Wenn du genauso ganz rauszoomst, auch nicht? Ja... Nee... Hier kannst du ja nicht rauszoomen... Oder rein gehen... Aber... Nee... Auf dem Rest von der Karte meine ich. Auf der Weltkarte? Ja... Nö... Nirgendwo? Das ist aber komisch... Außer... Warst du schon draußen von der Map? Also von... Von Hogwarts? Da war ich schon mal draußen... Aber jetzt nicht mit der Aufgabe... Mit den Gegnern... Die will mir dann Zauber beibringen... Yorgen ... Ich bin schon mal nervös... Ich bin schon mal mit der Spielverdacht... Sie will damit nicht zusammen... Sie möchte auch... Dass ich jetzt entziehen... Sie wird auch einige... Gegnern... Wie soll ich sein... Sie wollen? Und dann gehen sie? Hier... Das ist das Einzige, wie sie die Schulzeit steht bei mir oben, such den Kräuterunterricht Fragezeichen und Nativ Fragezeichen, aber das ist eine schöne Aufgabe. Dann mach die anderen und dann machst du die nebenbei, wenn du draußen bist. Weil du musst egal wie raus. Ich hab die jetzt weggefetzt alle. Wow. Schön erledigt, ne? Ich mach jetzt erstmal ganz kurz. Kreuze stürmen, Runde 3. Vielleicht hilft das ja. Guck, die alle sind pink, diese Dinger hier. Oh, ich dachte ich hätte gerade eine freigeschaltet. Wo ist sie denn? Was ist das für ein Schmutz? Ah, hier ist die. Ja. 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 Haha. Ah. Ich weiß einfach noch 3 Stunden zu spät, oder? Digga. Hörst du doch auch, du Snitch. Digga. Oh Gott, geht nicht noch mehr, Pinker? Ja, Digga. Obwohl, wenn ich das jetzt so richtig Mädchenmacht habe, Mädchen mache, dann werden sie alle mich unterschätzen. Nein? Nein! Ah, da kann es ja echt gut verfallen werden. Kannst du die gebräunt machen, Beppo. Kann ich hin? Ich habe einen Toaster auf dem Kopf. Dumm. Lippe. 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 Was ist das? Kannst du im Kehlruxack operieren? Nein, ich kann hier ein Schleichchen aufs Köpfchen machen. Ist das so viel Unsinn. Boah, mehr Möpse geht nicht, das nehme ich. Oh mein Gott, sie ist sexuell. Was? Wie sie hier so umhertanzt. Einfach mehr Charakter gemacht. Oh, bei mir kracht alles, Leute. So, ich mache meinen Stream aus, weil ich glaube, bei mir ist sowieso niemand mehr drin außer ihr. Was spielst du denn da jetzt? Hecken. So. Immer noch. Also. Bei mir ist auch keiner mehr drin außer ihr beide. Ja, deswegen mache ich aus. Was denn? Machst du komplett aus? Ne, ne, also ich spiel noch weiter, aber ich hatte jetzt einfach keinen Lust bei den Streamern zu haben. Ups. Nach einer Zeit kickst mich das, weißt du, dass das die ganze Zeit an ist. Oh, Beppo, wie hell es bei dir ist, Mann. Ach so, ist Beppo live? Ich bin auch live. Oha. Mega hell. Da kommt dann mein Bosskopf. Ich muss mal mal Zeppchen größer machen. So, es sind immer, es bleibt immer irgendwie auf uns, ne? Jo. Wir alle immer da bleiben und alle an der Nächte oder so. Ja. Ja. Wir haben halt Durchhalte. Ich glaube Marcel war einfach nur genervt wegen dem Spiel. Oh, ich glaube Marcel war einfach nur genervt wegen dem Spiel. Oh, ich hab auch sieben Stunden gestreamt, das reicht auch. Hm. Und eigentlich kamen halt nur Leute rein von früher auch so, ne? Ja, aber das ist doch gut. Ja. Ich mach aber auch nicht mehr allzu lange, weil wir ja noch halt morgen wieder zu ihm müssen, ne? Und dann bis er abends zum Bedroht sagt, das ist halt so, es tut mir halt leid. Aber den kann ich nicht absagen. Wenn wir nicht in Ordnung, dann verlässt du mich alleine halt, ne? Ja, das war ne Arbeitskollegin, die uns verlassen hat. Das ist... Die muss das tun. Das ist keine Ausrede, oder Beppo? Ausrede? Ich geb dir gleich mal Ausrede. Das ist so ein Verzeuge. Danke, Beppo. Danke, Beppo. Danke, Beppo. Das verletzt uns. Auch wenn dir das egal ist. Das ist mir nicht egal. Ich bin eine Spinne hier, ey. Uns verletzt uns, ne Beppo? Ja. Ja. Oh geil, ich kann mir sogar ein Röckchen anziehen hier bei... Zeig mir, als würde ich mal ein Röckchen kämpfen. Boah, ich kämpfe echt mit einem Röckchen. Das sieht so scheiße aus. Das ist schon wieder toll aus. Mit Zitronen, glaub. Ja, ich bin tot. Mist, 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 Mist. Warte, warum muss ich mir überhaupt hier einen Avatar machen? Ich checke es nicht. Ich ziehe mir einen Pulli an. Ich ziehe halb immer einen Pulli an. Pulli ist es eher auf mich. Oh ja, sicher. Die Axt hat voll mein Kopf gelöst. Boah, ich nehme den Pulli nicht. Das ist so nirgend. Ich ziehe dieselbe wie meine Haare. Oh eh. Wir haben den Genst, 2. Wir werden die Genst, 2, 3 oder. Ja, das ist so nirgend. Pft, das ist so nirgend. Da wer zieht denn Ballerinas an um zu kampen? Ich kann das schwarze Knie sein. Ja das sieht schon mehr nach mir aus. Farben Ende. Wart. Danila. Wie viel Axis war, kann ich anziehen. Oh Gott, ja. Ja warum kann ich ein Ding? wo ich noch dass es nicht wie toll ich habe mich eins als charakter hier nach ich hab keine ahnung warum ich weiß aber nicht warum ich ihn brauch aber ich hab es einfach mal gemacht ich danke euch jetzt trotzdem verspielen wenn ich schon nicht mehr leicht bin dann kann ich mir das weiß ich nicht mehr brauche ich habe angehört geantwortet hat das was genervt nein Nein! Unangenehm! Ah jetzt kann ich's machen! Ich muss einfach nur so... Wurms, Popo und so was... Logisch! Eigentlich! Ja, ne? Boah, ich hab meine Brille ausbezogen im Arm ein bisschen. Ich bin wirklich da oben. Ah, King! Nein! Immer gehen, King! Hm... Ist das eigentlich gut, wenn man das... Also jetzt mit dem Nitro, wenn man das jetzt jeden Monat bezahlt... Ist das gut für die Leute dann, oder? Aber... Aber nur für einen selbst. Hm, für einen selbst. Ich find beides, Pep. Also wenn du halt einen aktiven Discord-Server hast, ist es auch gut für den Discord-Server. Hatte ich mal, der war mal aktiv. Ich hab's halt gemacht, weil meiner ist ja aktiv. Bei mir ist ja immer was los. Das stimmt. Das ist aber auch, weil Bippo keinen hat, glaub ich, und Marcel auch nicht. Hm, ich hab zwei. Oh. Du bist aber immer auf meinem! Ja, weil die anderen sind für professionelle Sachen. Ach so, okay. Ich find... Ich find das süß wahrscheinlich... Also wird das jetzt automatisch jeden Monat abgebucht, oder wie? Ja. Hm. Ich würde es ja, wenn denn nur für diesen Monat hier nutzen. Wie kann man sowas denn überhaupt wieder... Da musst du achten, äh... Hast du genau gelesen, ob man es jeden Monat kündigen kann, oder ob du auf ein Jahresabo, äh... dass du ein Jahr in einem Mal bezahlst, oder du kannst es über mehrere Monate, äh, auf einen verringerten Wert abbezahlen. Wenn du natürlich es dann frühzeitig abbrichst, dann kriegst du eine Nachbezahlung. Bist du sicher, dass du das Aronat beenden möchtest, wenn du es beendes verlierst? Du... Das. Zum Beispiel für solche Emoji-Sticker. Einen anderen Servern. Der hat zwei kostenlosen Boost. Mehr als Prozent für die zweite Euro. Bildschirmübertragung. Mit hoher Qualität. Ist das jetzt mit hoher Qualität? War das vorher anders, oder wie? Ja. Ja, also, äh, wenn du nicht toberst, dann kannst du nur auf, äh, 30 FPS, äh, streamen und... Aber war das immer so schlecht, wie ihr das gesehen habt bei mir? Nö. Es geht. Ah, das würde ich dann sofort erinnern, äh, abdingsen oder was? Genau. Ich würde es sofort kündigen. Von jetzt auf gleich. Und für jetzt... Alter, der Burr hat noch einen HP und ich krieg ihn nicht. Die Kündigung wird am Ende deines aktuellen Abrechnungsdatums wirksam. Am 2. März 2024 verlierst du dir Zugriff auf Nitro und deine inbegriffene Serverboost werden entfernt. Du kannst jederzeit wieder einen Abonnenten abschließen, bestätigen. Ich nutze es jetzt für einen Monat, gönn mir das einen Monat und dann ist wieder Feierabend. Ich brauche das nicht die ganze Zeit nutzen. Alter, wer ist jetzt der Boss? Ich habe so arg... Was? Der Boss bei mir. Das ist Lars. Lars geht. Lars hat keine Deckung unten. Und war Hauptsache, ich habe bei meinem Titelbild jetzt auch etwas, was sich bewegt. Und das ist die Welt. Und dann sieht er sich mit Disney Junkie hin. Hm. Hm. Du Hunde-Zone. Wollte der mich hier büsten? Und dann kann er bestehen. Ach und wir haben was mit Lars. Das war's für heute. What the fuck? Haben sie gerade den Magasmus oder was? Maaan! Oh, der war so dumm. Wie? Ich musste das kurz anmachen. Mein Ohr muss weggehen. Ich find den immer noch am geilsten. Ich find den immer noch am geilsten. Da fehlt dir das Kotzi. Achso, hier. Ich find den so geil, wirklich. Der war so geil. 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 Der war so geil, wenn wir da sind. Wer hat ihn gehört? Nee. Ich bin hier gerade im Bett. Und ich bin auch in einem Bus kam. Das ist echt witzig. Das ist ein Kumpel von mir. Das ist super witzig. Ich bin nicht gemein. Ich spiele gerade einen anderen Charakter, da muss ich wieder neue Stärken und alles machen. Eigentlich mega anstrengend. Zwischen 20 Charakteren immer zu stehen. Ich glaube. Ich muss sie alle eigentlich hochleveln. Nein, lass mich schon in Ruhe. Ich habe meine Mütze verloren. Ich habe mich gebissen, die Ruhe. Das ist voll im Schatz. Ich mache für Yana Big Mac Bunnen weg. Yana ist mein Big Mac. Ist von Monte. Achso, den habe ich. Genau, das wird für Yana. Yana ist ja mein Mod. Yana ist Mod bei jedem. Ja, wurde aber nicht gefragt, außer bei mir. Hier, jetzt kannst du schon hören, oder? Ich finde ich noch immer mehr Frechheit. Ich habe den von dir so geil, ne? Ich habe den gemopst von einem anderen Server. Warum kann ich die eigentlich nutzen, weil ich kein Ding habe? Weil ich die habe. Die sind meine. Die habe ich ja auf meinem Discord-Channel öffentlich gemacht. Weil Marcel mir auf die Nerven ging. Und will ja noch immer die Rechte haben, aber über meine Leiche. Was wir da für Rechte haben? Über meinen Discord-Server. Weil ich der Einzige bin. Der Admin, der Einzige Admin. Aber warum will das deine Rechte haben? Weil er ein bisschen da rum, wo ich denn will. Aber das ist mein Server. Ich habe den alleine gemacht. Das ist mein Baby. Und ich gebe den... Ich bin die Einzige Admin fertig. Das ist auch mit meinem Server. Es steht ja auch Moni-Server und so. Da habe ich ja alles selber gestartet. Ich brauche keinen zweiten Admin. Ich komme klar. Ich habe... Die... Also die OGs habe ich drin. Das Reif. Die können schon mehr machen. Man konnte Admin dazu rauskommen, ne? Mhm. Schöne. Könnte man das machen? Jetzt bin ich da. Weil ich habe ja nicht noch alte Leute gefunden. Und dann... Die... 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 Ich habe nicht mal Kevin ansatzend. Spendet ihr das tun? Hä? Hä? Waa? Ihr könnt bestimmt auch die ganzen... Du kannst hier auch die ganzen Walo-Clips sehen. Mit meinen Leuten und so. Auf meine eigenen Clips. Walo-Shop. Du siehst, das ist halt... Hauptsächlich wegen Walo, ne? Und dann haben wir halt auch so einen Shop eingefallen. Fotos. Fotos. Ich squatten halt. Das ist halt, glaube ich, bei mir. Oder? Ja. Nice. 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 Als ich den gemacht habe, squattet jeder von meinem... meinem Chat hier irgendwie. Gabi ist auch... öfters hier... Salva ist rausgegangen, ne? Der Buch. Der Buch. Ja. Nein, ich bin tot. Kann ich beleben? Kann ich mich beleben? Kann ich mich beleben? Oh, ich weiß, dass ich mit den Leuten wichtig habe. Kommt der Bus. Ich weiß, ob ich auch was wichtig habe. Ja. Wie hat er das früher mit euch gemacht? Wir haben das letztes Jahr... Also wir haben das dieses Weihnachten gemacht unter uns. Also Beppo, Marcel, Jana, ich und Salva. Wir haben das mit zwei Leuten gemacht, weil wir beide halt auch nicht so schlecht haben. Wir haben dem einen... Haben wir das geschickt? Was macht er? Er schickt uns nichts. Er hat gesagt, er schickt uns was. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Und wir haben... Ich glaube, ich kann das nicht sagen. Wir haben 30 Euro dafür auch. Wir haben auch nie ein Danke oder so gar nichts. Er hat auch immer gesagt, das Paket wäre nicht angekommen. Hä? Dann habe ich das... Oder habe ich das als Paket gemacht und als Päckchen auf das Kamera. Das war... Das ist so eine Abteilung. Also Beppo und ich haben uns unsere persönlich gegeben. Marcel hat es oft aufgemacht im Discord. Ich habe meinen es auch aufgemacht im Discord. Ja, das haben wir auch so gemacht im Discord. Ich bin nur ein einziger. Nur ein fucking einziger. Das geht einfach nicht. Ich bin nur ein einziger. Weil ich so dumm war und habe nur noch nicht mehr dran gedacht. Dann bestellt es für... nächstes Jahr. Ach, nächste Woche. Nächsten Monat. Das würde ich dann auf jeden Fall machen. Aber ich wollte ihn schon die ganze Zeit machen. Ich weiß, dass er abfragt hat. Ich weiß, dass er abfragt hat. Hm. Ich suche Gengar. Von Spishmallow. Ich finde den wohl nicht. Hm. Das ist lila geil. Ich gucke nicht. Ich gucke nicht. Ich gucke nicht. Ich habe Tukuki. 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 Ja. Es fehlt mir noch Gengar. Gummeloos. Ja. 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 Das ist gut. Ja. 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 Ich habe den einen auch. Tukuki. Beim Psychologen nebenan. War ein Kiosk. Weißt du nicht? Der Kiosk. Ich geh da rein. Sie war gerade dabei Tukuki. Einzuräumen. Eing zu räumen. Und ich. Alles Gute können mir irgendwo nicht kaufen. Hm. Lass ihn mal. Was sind die Großen oder die Kleinen? Ich gucke denjenigen. Ich war so neben die Toki-Pich. Ich hab gesagt... No! Nein! Chippie-chippie-chippe! Der Pinscher ist auch im Kopf, danke! Ja, bitte. Ja, nein, er damit... Ja, den will ich haben. Ich hab hier einen E-Bot von Gago angemacht. Den hab ich, glaub ich, mal gesehen... ...und Kinder und T-Tit. Und meine Kornen hat mir die Skrish-Runners gezeigt. Ich hab keine Ahnung. Das ist so gut. Ja. Die sind so schön. Nein! 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 Das ist so, dass das keine gute Lever... Und was? Nein! Hey, Boss, komm! Wir haben einfach auch Bell... Oh, nee! Und den hab ich noch nie oben. Alter, der hat dem Typen 200 Dollar überwiesen, damit er Scheiße in einem Spiel macht. Und den? Das sind meine zwei Wettbewerb. Und die Mausten. Die beiden liebe ich abgöttisch. Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein ZD. Das ist ein ZD. Das ist ein ZD. Oh Gott. Du bist, du bist. Ist das hier Hagrid? Nein! Ja, aber Hagrid ist nicht da. Nee, nee, Hagrid ist auch noch auf einer anderen Stelle. Nee, das da ist denn die Tierwesen. Ja! 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 Full burst! Boss geschafft! Ich hab gar nicht nach meinem Buch geguckt. Ich müsste da noch rein gucken. Boah, Bippo! 53.000 Reads! Boah! Ich schwöre, ich könnte heulen. 53.000 Reads! Ich muss eigentlich mal weiterschreiben. Also, mich schafft es nicht. Weißt du, wie viele Leute mir schreiben und mir sagen, ich soll mein Buch weiterschreiben und ich kann es nicht? Ich hab' so krass den, 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 die Blockade. Ich hab' aber, hab' ich nicht. Ich hab' hier 16 Entwürfe einfach in dem Buch, könnt ihr euch das vorstellen? 16 Entwürfe? 16! 16! 16! Aber ich glaub', ich wollte das Buch neu schreiben. Weil das, das, das quencht mich an, was ich da lese gerade. Was bedeutet denn eigentlich die blaue Linie hier unten? Welche blaue Linie? Ich hab' doch unter den, den 1, 2, 3, 4 hab' ich da die blaue, das blaue Gedöns da. Oh, das ist ne gute Frage. Geh' mal drauf. Geh' mal drauf. Oh. Das eine ist Leben, das andere ist was? Ich glaub', das ist alte Magie, aber ich muss, das musst du sammeln. Das sind so blaue Dinger, die, die findest manchmal. Ja. 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 Ist ja ohne Scheiß, was eine Freundin von mir hier geschrieben hat. Sie hat eine Sexgeschichte zwischen Schreck geschrieben. Schreck und einem Charakter. Mit Schreck. Wie gestört musst du sein? Mit Schreck. Hey, das ist so ein Pläsierchen. Ja, aber okay, aber ich habe das gelesen und ich dachte mir so, du brauchst Hilfe. Ja, ich habe morgen noch Sachen zu erledigen. Bei mir ist erst um eins Schluss. Hoch. Gipi, 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 Gipi. Gott herrje, ey. Nito kann man auch verschenken? Hm. What the fuck? Was spielt Kronk denn da? Nightingale. Nightingale. Sechs Stunden. Panzerboot. Was macht das dicker Schild? Das ist im Auto. Robia ist hoch. Hält sich jeder auf. Elia spielt Valoran. Fu und Maika. Du hast die Zuschauer gekauft, da bin ich mir mehr als sicher, Mädchen. Michi ist immer noch da. Seit 2h streamed Michi. Was ist sogar futbol? Hm. Das ist penis, Luri. Ja. Die Konrade von Gabi. Das ist Knossi? Das ist Matt Bad. Es ist Matt Bad. Okay. Papa macht auch halt gar nichts mehr, ne? Runk 1 verweist es ab 27.000 Menschen, so viele Mods drin. Gott, ich liebe Groen und Beppo. Ich gucke Runk schon seit ich 16 oder 17 bin. Mein Ex-Freund hat, mein erster Freund hat mir damals Gronkh gezeigt, weil ich weiß, wir saßen zusammen in der Küche im Dunkeln und wir haben Outlast geguckt von ihm und dann kam sein Vater so rein, was macht ihr hier? Oh mein Gott, ich bin fast über den Tisch gesprungen aus dem Fenster. Und dann habe ich mir alles angeguckt von Gronkh und von Sarazza, das wurde so richtig so ein Safe Place. Ich glaube, wenn Gronkh aufhört, dann weine ich. Aber Sarazza macht nichts mehr. Ne, er hat aufgehört, aber ich hätte Gronkh eh lieber. Der Tobi. Die Sache ist, Pandoria mag ich gar nicht. Seine Freundin. Die ist mir zu viel. Also das mag ich nicht. Ich mag generell, glaube ich, so Frauen als Streamer sind viele so. Oh ja, oh ja, oh ja, so richtig so gespieltes und auch Hanipu, ich hoffe, ich hoffe auf alles, dass sie nicht so dumm ist, wie sie sich gibt. Weil, wenn sie wirklich so dumm ist, dann tut sie mir sehr, sehr leid. Genau wie diese, wie heißt die eine, Dilara? Dilara ist extrem karrieregeil. Die letzte, meinst du? Die, die mit den grünen Haaren. Ja, die ist sehr karrieregeil. Sie hat ja Stegi nur ausgenutzt, um ihre Karriere hochzudrücken. Ja, aber hat Phoebe nicht dasselbe gemacht mit Rohab? Bei Phoebe war ja klar, dass sie sich von einer, die hat sich hochgehurt. Ja, weil jetzt ist sie bei Rebi. Sie hat sie auch bei Hugo versucht. Und bei Monte. Hilara hat ja jetzt auch gesagt, sie hätte keinen, irgendwie keinen Kontakt mehr zu Stegi, aber sie wären immer noch cool miteinander. Keine Ahnung. Ich sag dir, Roat, der geht auch noch in den Knast, weil der hat jetzt auch einen Brief bekommen vom Finanzamt. Spielt sie jetzt gar nichts mehr, Kim? Nein, ich guck den Stream an. Boah, ich bin, ey, ich bin einfach nur müde, weiß, und dann fang ich an angepisst zu werden und dann stirbt der Controller. Hat der Controller aber nicht verdient. Ich freue mich ja schon morgen, ey. Das Ganze umgeht's hier, hier. Kann ich mir vorstellen. Ja, überleg mal alles von hier raus schleppen, dann bei ihm reinschleppen, alles wieder neu einräumen. Die Mensch, Digga. Oh ja. Ja. Aber warum genau macht es denn nicht so, dass du halt, wie Marcel gesagt hast, deine Sachen immer rüber suchen gehst einfach? Ach so. Weil das anstrengend ist tatsächlich, wenn ich immer das so mach. Das ist wirklich viel anstrengender. Wir haben das nämlich schon mal versucht. Ach so, okay. Und du musst halt jedes Mal, wenn du deine Wäsche hast, du musst dich halt entscheiden, was du mitnehmen möchtest. Und dann musst du mit deiner ganzen Wäsche wieder zu dir nach Hause sie erstmal waschen. Und das kommt für meine Eltern halt auch doof, ne? Ich zahl ja hier nichts. Ja. So, und dann wäre das halt schon scheiße, wenn ich dann nochmal komme und das ausnutzt, da zu waschen und so. Kostet halt alles auch Geld. Ich zahl ja erst ab... Also drei Monate sind wir jetzt dann bei Ihnen, nach drei Monaten sind wir wieder bei mir und dann zahle ich. Also dann muss ich auch zahlen. Meine Eltern hätten... also meine Eltern haben das nie gemacht mit Zahlen und so. Kevin hat auch ein Jahr bei uns gelebt. Also bei meinen Eltern und... nö. Kevin hat halt viele andere Sachen gemacht, weißt du? Kevin hat die Sachen ins Recyclingcenter gebracht. Er hat sich um die Hunde gekümmert. Wenn meine Eltern das gebraucht haben, ist er mit ihnen dahin gefahren. Er hat meinem Papa geholfen immer, weißt du? Das ist bei meinen Eltern aber auch so, tatsächlich. Also er muss auch nichts zahlen. Bald natürlich schon. Also meine Eltern haben gesagt, das wäre toll, wenn er nur was zum Essen dazu gibt. Ja. Aber ich muss es bei ihm auch machen. Was? Ja, ich zahl keine Miete, aber ich zahl Essen. Ne, da hätten meine Eltern nicht gemacht. Ja. Das Gespräch war lustig gewesen. Ich hätte meiner Mama gesagt, bitte was? Was willst du von mir? Dann kannst du aber jetzt gucken, was du mit deinem Hund machst, wa? Ich habe auf den Hund immer aufgepasst. Immer. Seit wir den Hund bekommen haben, habe ich immer aufgepasst auf den Hund. Ich habe mich um den gekümmert, der hat bei mir geschlafen. Ich habe mit dem raus und alles. Hätte meine Mama gesagt. Ja, du musst hier und da. Hätte ich gesagt. Ja, mhm. Dann würde ich auch bezahlt werden für den Hund. Die Idee. Und Kevin hatte seine eigene Wohnung, ne? Der ist mir froh und trotzdem haben wir bei meinen Eltern gewohnt. Oh, ich habe gerade halbwegs nicht zugehört. Was hast du gerade gesagt? Entschuldigung, ich war gerade zu konzentriert. Ja, Kevin hatte seine eigene Wohnung. Aber er hat trotzdem bei mir, also bei mir und meinen Eltern gewohnt. Wir waren nur am Wochenende bei ihm. Und das war mega schlimm. Weil seine Tante, seine Tante hat uns gestalkt. Bitte was? Ja, ja, ja. Das ist, also diese Familiengeschichte. Das ist für den Arsch. Auf jeden Fall, sie hat uns gestalkt. Sie hat mal unseren Hund entführt. Und, ähm. Ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Ich bin vor die Tür gegangen und ich hatte Angst. What the fuck? Gestaltes Familienverhältnis. Sie hat Knuff entführt, Beppo. What? Wieso? Ja, ich, wir haben, die Sache war, ich glaube wir waren weg für ein Wochenende. Und wir haben ihr Knuff, weil da war es noch, es war nicht gut, aber es war noch nicht so krankhaft, ne? Und Kevin hat halt den Fehler gemacht, dass er oft Knuff wochenlang bei ihr gelassen hat. Er ist dann feiern gegangen und hat sich einen Scheißdreck um Knuff gekümmert. Und er hat, er hat ihn dann wochenlang da gelassen. Und als er mit mir zusammengekommen ist, haben meine Eltern ihm gesagt, so geht das nicht, Junge. Du hast einen Hund, du kümmerst dich um diesen Hund. Und, ähm, dann hat er den Hund, haben wir den Hund, glaube ich, das Wochenende da gelassen. Und als wir ihn abholen wollten, hat sie ihn nicht mehr rausgerückt. Das ist ja ihr Hund. Ja. Meinte ich, gib mir meinen Hund. Eine mega Diskussion. Ich habe sogar in die Polizei gerufen und ich meinte, die gibt mir meinen Hund nicht mehr raus. Und, ähm, da musste sie uns den Hund wieder rausgeben. Und dann meinte sie, ja, aber Knuff ist mein Leben, du kannst mir den doch nicht wegnehmen. Meinte ich, ist mir doch egal, ist mein Hund. Kauf dir einen Hund. Ich denke nämlich, ich denke, dass sie Sachen mit Knuff gemacht hat, die man nicht mit Tieren macht. Äh. 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 Ja, Beppo. Ich habe sie jetzt nicht gecheckt. Äh. 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 Sie hat Sachen mit dem Hund gemacht, was man nicht macht? Ja. Ist das ein Männchen? Nein. Ein Weibchen? Mhm. Das hat man nicht an der Wohnung geleckt. Ich denke, der Hund hat bei ihr einen, doch... Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke es, ehrlich gesagt, also... Boah. Deswegen, und, und als wir den Hund da rausgeholt haben, haben meine Eltern ihn sozusagen adoptiert. Meine Eltern meinten auch, ähm, sie würden ihn nehmen, ne? Wenn Kevin ihn nicht mehr haben wollte. Sie würden ihn sofort nehmen. Aber das ist krank, wenn sie das gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, weil... Für mich... Sie ist auch messy, ne? Die Bude ist ganz schlimm, und... Ich weiß... Ich habe einfach es im Gefühl, weißt du? Mhm. Und... Aber das wäre richtig eklig. Ja. Sorry, aber das wäre richtig brutal. Mit einem Chihuahua. Es ist ein Chihuahua. Ja. Schlungen genug dann. Oh, ne, Digga. Echt nicht. Weil ich denke, deswegen ist er so. Beppo. Ich denke, deswegen ist er so, wie er ist. Okay. Sie hat ihn auch ultra fett gemacht und alles. Und als wir dann ihn mitgenommen haben, weil wir haben auch eine Straße daneben gewohnt, hat sie dann angefangen zu stalken. Sie stand am... Unser Balkon war sofort neben der Eingangstür. Dann stand sie dann da zu schreien, ich will Knuff sehen, ich will Knuff sehen. Sie hat an die Tür geklopft und gerüttelt. Sie stand vor dem Balkon und hat reingeguckt zu uns. So heftig, dass ich mal aus dem Schlafzimmer gekommen bin. Ich habe sie gesehen. Ich habe mich auf den Boden geschmissen und bin hinter der Couch in die Küche gerobbt. Damit sie mich nicht sieht. Es war richtig schlimm. Und als wir ausgezogen sind, das haben wir hinter dem Rücken gemacht. Weil ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich halt nicht Angst habe, aber sie ist gestört. Und sie hat auch Streit mit Kevins Mom. Und als wir dann ausgezogen sind, hat sie das gemerkt, weil sie hat uns ja gestalkt. Und da ist sie da hingekommen. Und meine Mom hat sich sofort vor mich gestellt und meinte, Jaja, du bleibst weg von meinem Kind. Und ich bin dann auch nicht mehr in die Wohnung gegangen. Ich habe nur ein bisschen geräumt und habe mich in die neue Wohnung verpisst. Und anscheinend hat die Tante eine mega Szene bei meinen Eltern gemacht. Das ist heftig. Es war mega schlimm und da musste Kevins Mutter eingreifen. Ja, und dann hat Kevins Mutter dasselbe gemacht. Zwei Jahre später. Da meinte sie, ich war eine kleine manipulative Fotze. Hat sie mir gesagt. Und da meinte ich, ich bin lieber eine Fotze als eine Hure. So wie du. Ja, und da wollte sie mir eine schlagen. Kevin hat sich festgehalten. Kevins Stiefvater hat mich aus der Wohnung geschmissen. Warum hat er dich aus der Wohnung geschmissen? Jaja, sein Stiefvater ist ein Warzer, der knappe 35 ist. Meine Schwiegermutter ist in die 50, ne. Hat mich rausgeschmissen. Ja, weil ich sie halt eine Hure genannt habe. Und sie mich eine Fotze. Und sie stand alleine vor der Tür und Kevin ist bei seiner Mutter geblieben. Warum? Ja. Ja. Frag ihn das. Ich weiß nämlich nicht. Ich stand vor der Tür. Eine halbe Stunde. Dann bin ich wieder zurückgekommen. Hab mich entschuldigt. Weiß ich. Hab mich einfach nur entschuldigt, damit es gut ist. Dann bin ich zu meiner Mom gegangen. Hab meiner Mom alles gesagt. Weil ich wusste, dass seine Mutter meine Mutter anruft. Hat sie dann auch gemacht. Und ähm, sie hat mich mega krass schlecht geredet bei meinen Eltern. Und meine Mom meinte, was willst du jetzt von mir? Ich werde mein Kind nicht schlecht reden. Und ähm, da sind halt Sachen rausgekommen, die Kevin anscheinend gesagt haben soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob es gelogen ist, keine Ahnung. Und ähm, was war da noch? Ja, dann hat sie, dann hat sie Kevin geschrieben. Weil ich hab Kevin gesagt, ich will keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter. Aber er kann den Kontakt beibehalten. Weißt du, das ist ja seine Mom. Mhm. Aber ich würde keinen Kontakt wollen. Ist ja auch mein gutes Recht. Daraufhin hat er aber auch den Kontakt abgebrochen. Weil er, weißt du, seine Mom Alkoholikerin. Da waren viele Sachen schon davor. Und da hat seine Mom ihm eine SMS geschrieben. Ja, Kevin, äh, Kim hat ja ihr Ziel jetzt erreicht, diese Hexe. Äh, sie wollte mein Geld. Und ähm, es wundert mich gar nicht, dass Kim so ein scheiß Kind geworden ist. Weil mit so scheiß Eltern kannst du ja nur so eklig werden. Ja. Ich hab sogar den Screenshot gemacht. Und das war für mich, das war für mich vorbei. Weil mein Papa hatte gar nichts damit zu tun. Der hat sich rausgehalten. Und meine Mom hat sich nur, wie jede Mom es macht, vor ihr eigenes Kind gestellt. Da ging der Terror mit seiner Mom los. Immer wenn sie besoffen ist, ruft sie Kevin an. Heute noch. Schreit ihn an. Schreit mich an. Äh, wenn sie uns vor der Tür sieht, sie ist besoffen, bleibt sie stehen mit dem Auto. Schreit uns auf offener Straße an. Äh, ja. Fuck, Alter. Wir wohnen auch nur in der Straße neben uns, ne? Ja. Und deswegen hat Kevins Schwester ihm auch gesagt, er soll sich ficken gehen. Und die hat jetzt auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Oh, ne. Die Frau, ich schwör dir, die ist psychisch... Die ganze Familie ist psychisch gestört, einfach nur. Wichtige Assis. Die könnten den Ritter Konkurrenz machen. Ritter Konkurrenz? Den Ritters. Familie Ritter. Die die Marcel, da immer raus mit den Viechern. Könnte den Konkurrenz machen. roter Konkurrenz machen. Aber mir wurde ja auch gesagt, mit 25 wäre jetzt Zeit, Kinder zu machen, weil wenn ich Kinder machen würde, müsste ich meiner Schwiegermutter Bescheid geben, damit sie sich darauf vorbereiten kann. Weil sie würde ja schließlich auf das Kind aufpassen, weil sie das ja auch macht mit Kevins Schwester, ihrem Kind. Da meinte ich so, ich meinte so, du wirst das Kind nicht von nahem sehen. Das geht in den Kindergarten oder zu meinen Eltern, aber du hast schon zwei Kinder verschissen, glaubst du, ich gebe dir noch ein drittes? Jetzt sag mir Bescheid, wenn du ein Kind machst, damit ich mich organisieren kann. Was sagt man zu sowas? Keine Ahnung. Ich übertrag dir mal Stream-Elements. Guck mal, kann man ja gucken, dass man ein bisschen schon mal was anfängt, oder? Und das heute jetzt wäre doch tot müde. Chat-Comments. Da machst du deine Comments. Custom-Comments. Hier, ne? Ja, da kannst du auch anderen hören. Da muss ich dann raufgehen, oder? Kann man das nicht auf Deutsch machen, Pippo? Den Stream-Elements. Den Stream-Elements. So? Und sie hat den auf Englisch? Und unten, da links? Ne, das mal, ja, dass er auf Deutsch antwortet ist. Und links? Geh mal da auf Otto. Und links? Noch, noch, noch links. Runter, 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 runter. Noch. Noch. Hm. Genau nicht. Hä? Das muss man doch auf Deutsch machen können, Pippo. Genau schon. Außer hat er bei der Systeminstallation eigentlich gewählt. Das ist ne Internetseite. Ah, von... Stream allemal. Über Brauseinstellung. Öh? Ich weiß, dass du es umstellen kannst. Ich hatte es mal als versehen auf Deutsch. Ah, geh auf deinem Profil. Oben rechts. Genau. Und dann gehst du da in Englisch und dann machst du Deutsch. So. Leck mich am Arsch. So, das sind wir dann einfach jetzt auf Chat, wie wir dann eben virtuelle. Ausgezeichnen. Okay. Was kann man machen? Das hängt von dir ab. Kann man hier auch nicht kurz so auch so Töne-mäßig so, dass man auch mal was abspielen kann, so wie... Das musst du über Sound damals machen. Ich hab zum Beispiel... Was hab ich? Ich hab Lurk. Ich hab meinen Discord. Ich hab mein Instagram, mein TikTok. Ausgezeichnen Discord, ne? Ja. Und dann hab ich meinen Call of Duty-Namen, meinen YouTube, meinen Epic-Namen. Ist das so richtig? Das Ausgezeichnen ist ja anfangs immer da, ne? Ja. Ja. Und dann jeder. Und dann... Willst du wirklich jeder machen? Weil dann kann wirklich jeder da einen Discord-Server nehmen. Ich hab Moderator gemacht, dass nur die Mods das rausgeben können. Ja, aber ich will nicht, dass jeder zum Beispiel in meinen Discord-Server reinkommt. Weißt du, so irgendein Penner, der dann Call of Duty mich anschreit und dann auf meinen Server kommen will und mich da so anfacken will. Deswegen können bei mir nur die Mods den Discord-Server und ich nur... Aber warte mal, dann brauch ich ja Discord-Server nicht mehr. Also, wenn ich auf Manga gar nicht... Dann geh ich noch mal an anderen Leuten rein. Was hast du noch? Äh... Nägöl, meine Nägöl. Äh... Instagram. TikTok. Mein Call of Duty Tag. YouTube. Mein Epic Name für Fortnite. Mein... Ich hab einen Text für meine Mods geschrieben. Ein Shoutout. Äh... Ah, das kann ich eigentlich hin. Community. Liebe geht raus. Also, die Community. Ein Küsschen für die beste Community überhaupt. Liebe geht raus. Und... Ich hab das jetzt gemacht. Ausbruchzeit. Mit meinem Namen. Community. Oh. C. M. M. U. N. I. T. Y. Dann machst du... Moderator. Das ist an dir das zu machen. Und dann schreibst du dann Texte. Best... Liebe an die beste Community. Irgendwo. Ja, ja. Ja. Ja, steht da oben schon. Die musst du kopieren. Du kannst einfach einen Internet Tab aufmachen und dann gibst du ein Emojis. Und dann kopierst du das einfach. Emojis zum kopieren. Und dann kopierst du dir einen raus. Und dann kannst du dir... Ja. Und dann kannst du dir kopieren wie du willst. Ich weiß nicht mein Herz, Mann. Da. Oder nee. Da. Dann kopierst du dir das einfach rein. So hab ich das gemacht. Ja. Befehl aktivieren. Ja. Das war schon. B. Da steht immer da. Global. Cool da. Das kannst du einstellen. Zum Beispiel wenn du nur willst, dass es nach so vielen Zeilen gezeigt wird. Weißt du, so viele Leute müssen geschrieben haben. Dass das dann automatisch kommt. Zum Beispiel. also ich mache eigentlich nichts automatisch außer gefällt dir mein stream lassen follow da und eben youtube ja sowas will ich auch haben da musst du bei timer gehen bei timer und dann nennen willst rollo keine ahnung und dann da nix 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 da musst du unten was schreiben da es ist auch auf deutschland ja na ja du schreibst ja deinen eigenen text jetzt was du da schreiben wenn euch der stream gefällt lasst doch ein bisschen liebe da wenn sowas wenn euch der stream gefällt lasst ein bisschen liebe da oder ein follow sein kleines follow da mit smile aber stream richtig geschrieben ja und dann machst du ja das richtig so ich habe auch so und da macht er das automatisch muss halt aufpassen weil so leute wie marcel finde ich persönlich haben einfach zu viel von ihrem bot im stream oder was weißt du noch vor dass jede minute kam ja das ist bei marcel ist wirklich das problem manchmal sind es sind nur gespräche von seinem bot im stream und ich war das mit den tönen die töne das ist eine ganz andere seite das sind sound alerts heißt die seite ne ne sound a l ja genau ach so das erste und dann äh nein nein das ist lila farben das hier? ja dann musst du dich anmelden mit deinem twitch ja 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 und dann äh huch dashboard glaub ich ist es dashboard Anmeldung mit twitch autorisieren nö ach so äh Das erste klickst du nicht an. Das zweite klickst du an. Das hier nicht? Doch. Und das zweite? Nicht das erste. Ja, fortsetzt. So, bist du auf deiner Seite? Bei meine Alerts links. Favoritisieren. Genau. Dann hast du links meine Alerts. Ja, da müssten jetzt Alerts sein, wenn du welche hättest. Warte, ich muss mich kurz einloggen bei mir. Habe ich nicht. Ich habe gar keine Alerts. Dann hast du, ähm... Bibliothek. Da siehst du, da sind lauter Alerts da, die du zum Beispiel nutzen kannst. Wenn du auf Vorschau drückst, dann hörst du sie. Aber die müssen sie dann bezahlen, oder wie? Äh, wenn du Affiliate bist, ja. Ja, aber kann man nicht auch, wenn man einfach mit Ausrufezeichen zum Beispiel Yippie einklickt und dann kann das auch kommen? Äh, wo kann man das? Ja, bei manchen habe ich das schon gesehen. Ja, du kannst doch, ähm... Aber das ist dann über den Bot, wo du das einstellst. Okay, aber die will ich ja auch haben. Aber wenn man das über den Bot einstellt, da kann man doch keinen Ton noch... Wie soll man das denn machen? Bestimmt ein extra Bot. Tut sicher. Weil es ist, äh... Äh, eigentlich das, was der Marcel letztes Mal genutzt hat. Weißt du, wenn du in den Chat reinschreibst? Hm... Ah, wo dann bei mir Musik kommt. Genau. Bei mir kommt ja Musik. Ja, ja. Und das ist über sein Bot. Beim Chatbot? Äh, nicht einen speziellen. Also er nutzt einen anderen. Da musst du, ja, da musst du Marcel fragen. Okay, dann machen wir aber erst mal dir... Und ob Marcel dir das rausgibt, ist noch eine andere Sache. Oh Gott, vordere. Hilfe, was? Ob Marcel dir das gibt, ist noch eine andere Sache. Ob der mir da hilft? Ja. Marcel ist ganz, ähm... Egoistisch. Er gibt das selten raus. Er will immer alles, äh, für sich behalten, seine Sachen. Oder Beppo? Ja. Was kann man denn hier so tolles nehmen? Was willst du wissen, was dir gefällt? Das zum Beispiel. Wow. Dann auf öffnen, oder wie? Äh, warte dann. Ich hab es, ich favorisiere es immer. So, das Herz. Genau, und dann, ähm... Scheiße, wo ist das nochmal? Meine Alerts. Geh mal da hin. Äh, neuen Button hinzufügen. Ton. Und dann, äh, Favoriten. Klickst du ihn an. Genau, und jetzt ist er drin. Ich würd' ihn nur nicht auf 100% machen, wenn er jetzt mega-cross-laut wäre. So, und dann normalerweise, wenn du jetzt Affiliate, dann könntest du Bits reinmachen. Aber ich kann ja erstmal noch ohne Bits nutzen. Ja, genau. Weil du halt noch kein Affiliate hast. Das bringt dir nix. Und das mit den Kanalpunkten, kannst du auch mit den Sound Alerts machen, oder? Ja. Das musst du aber über die Twitch-Seite machen, ne? Über welche Twitch-Seite? Deine normale Twitch. Dann musst du Videoproduzent wieder gehen. Zuschauerbelohnung, Kanalpunkte. Wo ist denn das? Videoproduzent? Ja. Und dann gehst du oben auf die drei Striche. Links, links, nee, nee, links, links, links. Ach so, links. Äh, Zuschauerbelohnung. Runter, 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 runter. Stopp. Ja. Ah, du hast ja noch gar keine Kanalpunkte, weil du bist auch noch nicht... Ja, ja. Ach, das kriegst du ja erst mit Affiliate? Kanalpunkte? Wo kriegt man das erst mit Affiliate? Ja, ne? Oder? Nee. Nein, vielleicht... Nee, ich glaube nicht. Warum steht das bei... Bei mir steht das da bei Zuschauerbelohnung, bei ihr nicht? Das verstehe ich nicht. Siehst du? Bei mir steht das da... Bei mir steht da noch Emotes? Das steht bei ihr nicht. Hä? Das steht bei ihr nicht, Bebo. Komisch. Ich find's gut, weil bei mir steht das hier, Kanalpunkte. Annalie, Community, Inhalt... Steht's auch nicht, ne? Die Videoproduzent. Community ist es auch nicht. Hä? Monetisierung hat sie auch nicht. Würde da dann keine...